Ich weiss es nicht, das heisst ich noch nicht. So, jetzt geht's los mit dem Sack und der Maree, um das noch richtig breit auszuschrecken. Alle freuen sich, yeah, yippie, yeah, yeah, Party! Party hard! Wir haben zwar immer noch eine Minute Zeit, aber okay. Ja, ja, aber eine Minute Intro, machen wir es alle Audio. Oh ja, das kann man auch. Turn it up! Ein Bild hätten wir noch gern, yes! Mach du mal, ich dreh mal den Monitor. Ah ja, drehen mal, genau. So, jetzt kannst du eigentlich schon... Wir können eigentlich schon reinquatschen, genau. Quatsch mal rein. Können wir... Hallo? Ja. Ja. Also, Will Koppel. Das ist jetzt ungefähr zum 17.8. zum 1. in Leipzig. Jippie, yeah, yeah. Schön, dass ihr alle so spät in der Nacht auch noch da sind. Wir hoffen natürlich, dass sich wieder mutige Leute hier melden. Wir haben ja gewusst, dass ich ein paar Leute zum ersten Mal melde. Das ist Jeopardy. Das ist sozusagen eine Inversi-Quiz-Show. So, ihr seht hier die Antworten und wir würden gerne die Fragen dazu gehören. Wir haben eine erste Runde, eine zweite Runde, eine dritte Runde, wie das so ist. Und die drei Sieger werden dann am Schluss gegen Alu Burka. Das ist der Gewinner von gefühlt jedem Hacker Jeopardy. Wir aus Team Schweiz-Übersetzung sind natürlich grosse Fans von Alu Burka. Ja. Fans von ersten Minuten. Sie werden gegen dich antreten und den Titel erobern können. Vielleicht. So, gehen wir mal auf Kategorien ein. Und dann geht es um Preisen. Ihr müsst ja ein bisschen einen Ansporn haben, dass ihr das auch mitmachen. In der ersten Runde suchen wir Zitate von schlauen Leuten. Und zwar von Leuten, die das Land führen. Politiker. Die wirklich Ahnung bewiesen haben. Die Ahnung bewiesen haben. Von den Themen, über die sie reden. Dann geht es um SABK. Das sind Sicherheitsabkürzungen. TLA haben wir auf die Zeit ein bisschen längst. Also drei Buchstabe-Akonym. Oh, Memes. Es gibt Memes. Das ist so aus dem Internet und so. Ja, so dumm. Oh, es geht wieder um Wim. Letzten Jahrtausend. Also Sie meinen wirklich der Editor Wim. Das ist genau das Gegenteil, weil das ist vom letzten Jahrtausend. Und wer dort kann schreiben, der kann beweisen, dass er sich auskennt. Und das sind Kunstsprachen. Also Sprachen, die in diesem Sinne nicht natürlich gemacht worden sind. Und von Babel abstammen. Ja, genau. Stimmt. Jetzt geht es um Preisen. Der Hauptpreis. Also der Hauptpreis, wenn wir ehrlich sind, ist ja, dass wir den schweizerdeutschen Übersetzung dazulassen. Ja, natürlich. Das ist klar. Wir sind gefragt worden, ob wir es wirklich möglichst zeitnah abstellen können. Weil wenn wir das in einen kurzen gibt, dann haben wir einfach kein Licht mehr im Saal. Wenn wir uns jetzt schon mal schlussend haben, müssen wir extra bezahlen. Und naja. Also schauen wir es jetzt an. Wir meinen es ernst. Schauen wir es jetzt an und dann müssen wir ihn abschalten. Es gibt auch Trostpreisen. Zum Beispiel ein 3D-Drucker. So wie das letzte Mal. Der ist jetzt gerade nicht da. Er funktioniert nur so halbwegs gut. Das ist so ein bisschen hm. Das ist ein Prusa, der selber gedruckt ist. Und dann schicken wir dann, wenn sich jemand von das entscheidet. Oh, da gibt es ein Wert vom Bücher-Set von Digital Garage. Offenlich sind auch Ausmalbilder dabei. Von Marco Weckling, den Kleinkünstlern von gestern. Und ein besonderes Highlight. ...eines deutschen Beamten mit Füssen getretenes Grundgesetz. Oh, ein Grundgesetz, das auf einem deutschen Beamten wortwörtlich von Füssen getreten worden ist. Das hat es ja immer Wert. Das ist auch mal etwas Spezielles. Kann man auch machen. Da kommt man nicht ganz so leicht an, auch wenn es ganz oft passiert. Ich weiss nicht, warum das so schwierig gewesen ist. Also... Auf Sicherheit können wir leider keine Namen nennen. Und den Schuhabdruck wissen wir nie, wenn man zum richtigen Schuh gehört und so. Alles sehr bedauert. Wir haben natürlich Preise für alle, die sich daran mitmachen. Elektronik, Lötkits... ...und gesponsert von Dr. Retro, die Blinkenrocket... ...und Blinkenrocket. Oh, also... Blinken, Blinken ist ein deutsches Wort. Ein Blinkenrocket. Blinkenrocket. Was hat die jetzt also schon gern? Ah, Teufelbrätli. Hier muss niemand ohne Preis haben gehen. Ausser die Translators. Uns vergessen sie immer. Wir machen so aktiv mit. Im ersten Jahr habe ich einen Ballon bekommen. Ich habe gefragt, ob ich einen Ballon darf haben. Und der hat plötzlich im Publikum einen Ballon verbracht. Das finde ich interessant. Das habe ich noch. Ah, cool. Und einen Lolli habe ich auch bekommen. Nett. Und jetzt ignorieren sie uns einfach. Also, zurück zum Thema. Die Leute aus der ersten Reihe haben hoffentlich die passenden Schutzkleidung dabei. Weil, ähm... Facepombs helfen im Zivlager. Also... ...Gesichtspalmen. Fazialpalmieren hilft. Sie sehen leider nichts mehr wegen dem Licht. Aber sie schauen, wer mitmacht. Winken. 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 Dort wird jetzt jemand von hinten noch ausgewählt. Auch Hinterwäldler braucht es. Ja, die sollen auch weit laufen. Die sollen sich ein bisschen bewegen. Die Leute stehen doch hier noch rum. Ja, hier, hier. Soll ich ein Licht anlassen? Acht. Irgendwie ignorieren die uns. Naja, ich mache das gleich wieder raus. Ja, ist gut. Ne, die Leute ganz vorne... Also, die Leute ganz vorne... Ah... Die sitzen schon da viel zu lang und das ist irgendwie... Drei... Ja, vier. So, wir haben jetzt vier. Drei... Wir brauchen drei. Einer muss jetzt wieder weg. Von daher die beiden. Trinkt ihn mal aus. Der hat irgendwie seine Mate mitgebracht, glaube ich. Nein, das Bier. Betrunken passt nicht. Darum nimmt er die anderen beiden und schickt den weg. Ja gut, dann sorry. Er soll zuerst mal austrinken. Ja, man muss Prioritäten setzen. Jetzt müssen wir zuerst mal den Brunnen abstellen. Oh... Der hat eine Nebelmaschine. Der hat so eine Nebelmaschine dabei. Und das hat vielleicht heute ein bisschen Angst gemacht. Ja. Darum müssen sie es umschalten. So, jetzt haben sie... So, jetzt geht's weiter. Es geht los. Es geht los. So, Kategorien haben wir ja schon vorgestellt. Jetzt müssen wir noch schauen, wie heissen unsere Kandidaten überhaupt. Drück du mal auf dein Knopfchen. Wie heisst du? Die Antwort auf diese Frage könnte die Bevölkerung verunsichern. Die Antwort auf diese Frage könnte die Teile der Bevölkerung verunsichern. Nenn mich einfach Niemand. Er heisst... Er heisst jetzt Niemand. Wie heisst der jetzt? Ach, ich kann es nicht lesen. Der zweite heisst Mr. Rosarot. Der Herr Rosarot. Genau. Der Herr Rosarot. Der ist jetzt Nummer 3 aus irgendeinem Grund. Aber... Wie heisst der erst? Der erste heisst Niemand. Ah, Niemand. Und wie heisst jetzt der letzte? Der Hex. Hex. Also, den Computer von der Scheibenwelt zu nehmen, das ist dann schon ein bisschen vermessen. So, jetzt geht es darum, wer darf anfangen. Wir haben dann so einen Zufallsgerator. Wichtige Hinweise. Ihr könnt komplett frei wählen. Ihr müsst nicht irgendwie in der Ecke machen. Und es gibt so Double Jeopardies. Ausser wir haben einen Fehler mal wieder gemacht. Das passiert aber nie. Also die Software ist perfekt. Wir haben sie ja jahrelang schon gesehen. Das läuft ja jedes Mal. Und wer das halt trifft, der darf halt bis zum doppelten Punktenwert noch setzen. Und ein Lesbio. So. Ach, das heisst jetzt auch der Monsieur. Der Niemand. Ich heisst ja trotzdem Niemand. Das heisst Niemand, aber... Schlaue Köpfe für 300. Nein, 400. Gut. Du weisst, wie es geht. Die Antwort muss eine Frage formuliert werden. Die Gruppe aus Freiwilligen... Könnte im digitalen Notfall eingreifen, hofft... Genau, und es ist... Was ist der Digitalkrieg? Nein, die Cyberware. Die Digitalarmee. Ja, danke, genau. Armee. Danke für die Mitarbeiter. Die Cyber-Cyber-Cyber-Truppe. Du darfst weitermachen. Du darfst weitermachen. Und er darf jetzt weitermachen. Er hat 300 Punkte abzuholen. Dann machen wir doch gleich weiter. Mit Schlaue Köpfe 400. Oh, er ist Double Jeopardy. Er ist Double Jeopardy. Nimm das. Komm, alles oder nichts. Ja, er schmeisst alles rein, off course. Ja, super, er schmeisst alles rein, off course. So etwas haben wir gerne. Bitte schön. Das bräuchte der Innenminister mal vom CCC. Er hat auch gesagt... Der D-Gipfel in Berlin? Amnesty. Ja, zu Frank Rieger sagte er das. Er weiss, er hasst sein Leben. Das ist traurig. Er bräuchte dann mal... Er bräuchte wahrscheinlich mal ein Publikums-Joker. Ja, das bräuchte er definitiv. Ein Einführung in der Grundlage der Geheimschrift. Aber das hätte er offensichtlich nicht getraut, sich zurückgeben. Also, jetzt geht's los. Jetzt dürfen alle mitpassen. Wir haben hier das... Irgendwie weiss das gerade so niemand. Und das Publikum sagt... Das Publikum meint... Das Publikum meint... Krisennummer! Wer auch immer will, holt sich einen Phasenprüfer. Wir hätten jetzt einen Phasenprüfer gewinnen können. Das ist sehr schön. Okay, dann brauchen wir allerdings wieder einen Zufallsgenerator. Jetzt brauchen wir einen Zufallsgenerator. Und jetzt wird der Hex ausgewählt. Dann nimmt ich noch mal Memes für 200. Uh, Memes für 200. Das ist eine schöne Kategorie. Und er nimmt jetzt die Internet-Jokes für 200. Uh... Uh, ein Schneehüle! Ein Schneehüle! Keine Frage! Oh! Er hat es nicht als Frage formuliert. Also, oh wirklich... Also, oh wirklich... Hat er eine Frage... Das Publikum hat gefunden, ja, das ist eine Frage. Sollen wir gelten? Das soll jetzt gelten fürs Erste. Genau, soll gelten. Meme für 100. Jetzt macht es das noch einfacher. So... Wie kann man Face-Signal? Und niemand findet... Wer ist der Gesichtspalmieren? Oder wie kann man das nicht? Fazialpalmieren. Fazialpalmieren. Das ist für alle Punkte. Plus Niemann verantwortlich. Bis jetzt hat nur Niemann geantwortet. Und sie fragen jetzt, ob der Baser funktioniert. Und die Antwort ist... Keine Ahnung! Ich habe es noch nicht ausprobiert. So, lassen wir nochmal den Knopf drücken. Jetzt ist irgendein Fehlermäde gekommen. Und die Mitte? Ja. Irgendwie... Aber die Technik versagt hier nie. Die Technik funktioniert ja immer. Ja, du darfst weitermachen. Es... Schutzabkürzige. Schutzabkürzige, genau. PKI. Nein. Warum? Und es tut... Das habe ich jetzt leider nicht verstanden. Was ist... Die öffentliche Schlüsselinfrastruktur. Und es ist wieder der Niemann... Weil offensichtlich keiner von den anderen verstanden hat, dass man den Baser muss drücken. Ja, das ist immer das Gefühl. Ah, CRL. Es ist schon wieder... Was ist eine Zertifikierungs-Zurückzielliste? Zertifikatsrevokationsliste. Von daher kann man es verzeihen. Ja, soll er jetzt gerade die ganze Spalte machen? Ja, er macht jetzt gerade mit... Mit sicherem... Mit S-Mime. Drücken. Was ist ein E-Mail-Verschlüsselungsstandard, Alde? Aber zuerst drücken. Er hat gesagt, er hat zwei von fünf bis jetzt. Und das ist Unterdachsteller. Secure Message... Es sind tatsächlich nicht so viele. Und wer von denen, die die Hände oben haben, hat es gegoogelt? Wer von denen, die sich jetzt meldet haben, hat es gegoogelt? Es ist ein sicherer E-Mail-Verschlüsselungsstandard. Da soll doch bitte mal einer aufstehen und laut sagen. Bekürzt nicht, der müsste doch hier. Was sagt der Signal Angel? Secure Multiple Input Multiple E-Mail. Der Signal Angel hat es... Ja, der Signal Angel kann helfen. Das Internet... Ah, es hat nicht... Weiss es, aber eigentlich... Secure Multiple Input Multiple E-Mail. Was ist sichere mehrfach... Secure Multiple Input Multiple E-Mail. Mehrfach elektronische Brief... äh, Post. War es richtig? War es richtig? Nein! Aber das war Quark von dem... Ja, das bestätigt das Publikum auch. Ja, und dann... Dann geht es... Keine Phasen prüfen. Ah, aber die Hand aufgehauen. Wer war es? Wer war es? Komm, wir sagen es. Keiner getraut sich. Ah, das ist immer das Gleiche. Ich sehe da hinten läuft die Linken. Mail Interchange... Der Finger winkt jemand. Vielleicht wissen es die. Ja, komm, wir sind hier. Sag es laut. Wir benutzen das doch alle täglich. Wir benutzen das doch alle täglich. Nein, es meint, benutzt kein Schwein. Ähm... Ja, sehr gut. Phasenprüfer... Könntest du das noch korrekt aus Schweizerisch übersetzen? Ich habe es leider nicht ganz verstanden. Sicherere... Nein, keine Rolle. Okay, egal. Ah, der Herr Rosaroth. Wie nehmen die Kunstsprachen ein? Der nimmt sich jetzt Kunstsprachen vor, mit 100 Punkten. Ähm... Was ist Klingonisch? Er fragt, was Klingonisch ist. So, nein. Es ist ja gefragt worden, was es bedeutet. Und er hat gesagt, Gesundheit. Aber was ist eine Beleidigung auf Klingonisch? Ist eigentlich immer richtig? Eine Beleidigung ist dann ziemlich viel immer richtig. Also es war richtig, ja. Ich weiss ja, dass auch mein Chef mit einer Frage antworten muss. Ich habe es noch nicht gehört. Ich weiss ja, dass man mit einer Frage antworten muss. Aber ich habe also nie gehört, dass man dann noch eine Gegenfrage bekommt vom Moderator. Dann hast du nicht aufgepasst bei den Streams. Letztes Jahr. Letztes Jahr, ne? Das klingt unglaublich, würde ich. So. Mein Zeitgefühl sagt, es ist komplett kaputt, seit mal etwas explodiert ist mit einer Küche. Das ist ein bizarrometer. 2017 ist einfach ein bisschen zu crazy gewesen. Tja. Wir machen wieder mit Kunstsprachen. 200. Schon wieder ein Double Jeopardy. Er findet beide. Da hat jemand Glück gehabt. Er probiert es nochmal. Leisten kannst du es nicht, aber pfff, mach mal. Ja, gut. Der liest das jetzt gerade ernsthaft vor. Ja, ein Ring sie zu Knechten, ein Ring sie zu Binden und so weiter. Das ist der Spruch auf dem Regen. Ja, ja, aber das muss man trotzdem zunächst vorlesen. Aschnas Durbatuluk, Aschnas Gimbatul, Aschnas Thrakatuluk. Er sagt, er wusste ich gerade, was steht, aber er überlegt hat, welche Sprache das eigentlich sind. Was ist Beschriftung auf dem Einer Ring? Ja. Ja, doch. Lassen wir gelten. Das ist korrekt. Und es ist Sinderin. Doch, doch. Was lassen wir erzählen? Das habe ich gedacht. Kunstsprache 300. Es wird sehr einfarbig irgendwie auf dem Board. Irgendwie ist das Board ein bisschen einfarbig langweilig. Was ist Lospan? Nein. Uh, es ist falsch. Das war jetzt einfach nur Kräutel. Ja, nein, das ist natürlich Esperanto. Was ist Esperanto? Was ist Esperanto? Der Herr Rosarot hat es gewusst. Sehr gut. Wir haben jetzt zum ersten Mal den Mr. Rosarot, der eigentlich blau ist auf dem Brett. Herr Rosarot. Mein Hammercraft ist voll auf Ihnen. Mein Luftkissenboot ist voller Aale. Mein Luftkissenboot ist voller Aale. Das gibt einen Phasenprüfer. Das ist übrigens eine Anspielung auf Monty Python. Erste Runde und schon die Bühne verstört. Sorry. Erste Runde und Bühne ist schon kaputt gemacht worden. Sehr gut. Das hat keiner gesehen. Nope. Didn't happen. Ach, wir können das Gebäude einfach auch noch abrisen. In Hamburg ist das so schön gewesen. Aber ich möchte eigentlich noch mal herkommen. Okay, Herr Rosarot. Du darfst weitermachen. Mit 2. 300. 300 ist weg. Und schon wieder ist da niemand der schnellste. Was ist Neuland? Das Internet der Kanzlerin zufolge. Ja, dass er die Punkte bekommt. Ich finde es sehr optimistisch, dass die ganze vor der letzten Regierung dort steht. Ja, gut, aber das ist auch einfach korrekt im Moment. Nicht mal etwas... Ah, Köpfer 200. Das ist das Internet nach dem US-Senator Stevens, der sich gegen das Netz der Nationalität ausgesprochen hat. Hm. Es war eine sehr bildliche Erklärung. Es war ein sehr tiefes Verständnis ausgedrückt. Weisst du es? Ich nehme noch eine Series of Tubes. Also eine Reihe von Röhren. Uh, der Herr Rosarot gedrückt. Was ist eine Modeerscheinung? Nein. Ja, das ist der Herr Thor gewesen. Wird vorüber gehen. Das wird schon vorbeigehen. Das Publikum weiss. Set of Tubes, korrekt. Genau. Ah. Es ist eine Zusammenstellung von Röhren. Hm? Eine Zusammenstellung von Röhren. Ja. So, der Hex darf wieder weitermachen. Und er nimmt Wim für 100 Punkte. Endlich mal Wim. Ich habe ein ganz gutes Gefühl bei dir. Ich habe echt ein gutes Gefühl. Wie beende ich den Editor? Mit ZZ. Korrekt. Mein Editor ist völlig richtig. Wie speichert man am schliessenden aktuelle Waffen mit ZZ? Der Editor ist BIM. Wim ist der einzige Editor. Dann sollten wir das auch können. Was tut diese Zeile? Was macht das? Datteln einflügen. Oh ja, Datteln einflügen. Aber laut. Sehr laut. Man lernt hier jeden Tag was Neues. Ich habe ein ganz gutes Gefühl bei der Kategorie. Ja, sehr gut. Gibt es eine Meinung aus dem Publikum? Hallo. Dort hat es Hände an. Laut, bitte. Ja, fügt das aktuelle Datum und Uhrzeit natürlich. Fügt das aktuelle Datum und Uhrzeit in. Man kann auch... Den musst du aber eher benutzen? Ja, also die korrekte Antwort ist, es ersetzt die aktuelle Zeile durch den Output. Ah, es ersetzt die aktuelle Zeile. Durch den Output vom Datumsbefehl. Okay. Das hat niemand Pünkt gekriegt. Du darfst schon wieder den Hex auswählen. Der Zufall wählt im Fall recht häufig den Hex aus. Ja, so ist der Zufall. Wie kann ich den letzten Befehl wiederholen? Was war der letzte Befehl? Weisst du es noch? Es war der Datelnbefehl. Also, Datum und Zeit ersetzen. Das ändert sich nicht viel. Ja, Sekundenzahl hauptsächlich. Und der Befehl ist übrigens einen Punkt gesehen. Es geht weiter mit Wim. Wim für 300. Ja, das darf ich gar nicht, oder? Achso, damals hatte ich ja da. Für 400 also. Ja. Dann nehmen wir. Vor dem Cursor stehen noch nicht vollständige Dateinamen. Das ist richtig. Vor dem Cursor stehen noch nicht vollständige Dateinamen. Das ist angeblich eine sehr nützliche Funktion. Und da ist gerade Steam aufgepoppt. Ach, Steam. Steam. Irgendwer ist am Gamen. Aha. Hier, das Nima händlich abschalten soll. Hier, nimmt die Fasen. Ja, darum schalt einmal das Lea an, Fraps. Äh, äh, Geschenke gewinnen kannst. Es ist ein bisschen paradox, dass ich mit dem hier irgendwie kann... Das ist, wenn man ein Spiel fragt, nein, es ist stumpf ein Handy vom Hammer. Okay, machen wir mit dem 500. Dann sind wir durch. Vielleicht darf ich... Aber probier's nochmal. Wie ändere ich den Case von jedem einzelnen Zeichen von dem Wort, auf dem mein Cursor gerade steht? Richtig! Wie ändere ich den Gross- oder Kleinschreibungszustand von jedem einzelnen Zeichen von dem Wort, wo mein Cursor gerade drauf ist? Ganz klares Feature, das man jeden Tag braucht. What the fuck? Wie weiss das so Scheiss? Äh, es ist sein Haupt... Es ist sein Beruf, wahrscheinlich, weiss ich nicht. Oh, jetzt nimmt er mal etwas an. Uh, schläge den Kopf in 100. Damit auch die anderen... Also, das finde ich sehr viel von ihm. Der Digital-Kommissar hat mal gesagt, man will den Sozialismus durch die Tür von Netzneutralität einführen. Netzneutralität ist ja quasi Sozialismus. Ja, Netzneutralität ist der komplette Sozialismus. Ja, ja. Netzneutralität, Sozialismus, sehr nah. Ja, also... Das Keyword in dieser Frage ist das zweite. Das Schlüsselwort ist jetzt das zweite. Also, Spoiler, Digital-Kommissar. Das könnte... Oh, dann ist der Pink... Wer ist der Günther Oettinger? Richtig. Es ist richtig. Ja, voilà. Ist der Öttinger? Ja, voilà. Ich dachte, es ist die ganze Zeit. Das kann doch einfach sein. 500 Punkte. Und niemand beschwert sich, dass es ihm viel zu einfach gewesen wäre, wenn es der Oettinger gewesen wäre. Es muss doch der Neue sein. Aber das ist nur einfach eine dumme Ausrede von dem her. Die Abkürzungen für 400 Punkte. Abkürzungen für 400 Punkte. Nirgendwas für 400 Punkte. Die Abkürzungen. ESP. Aussersinnlich... Elektronische Stabilität? Was ist das? Ich hätte das jetzt als aussersinnliche Wahrnehmung. Ich finde die radikalische Konstruktion von dieser Frage sehr schön. Es hat was mit Sicherheit zu tun. Es hat schon ein bisschen mit Sicherheit zu tun. Wollen wir das durchgehen lassen? Ja. Ja! Also, ich hätte es jetzt einfach als aussersinnliche Wahrnehmung übersetzt. Aber es ist vielleicht... Es ist keine Sicherheitsabkürzung. Was glaubt ihr mit... Isaac HMP? Oh Gott, das ist irgendein scheiss VPN-mässiger... Äh... 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 Gleicher Kontext wie vorher. Ja, weil ESP ist auch VPN. Das ist nicht das elektronische Stabilisierungsdinge. Das ist ein Packchen, das bei... SSL VPN ist das der ESP-Header. Er hat vorhin nachgeschaut und hat es schon wieder vergessen. Das ist echt schon fast Kategorie. Weiss der Signal-Handschen vielleicht? Hier hat einer... Ich habe so mit Pulverisieren am Schluss gehört. Das finde ich sehr sympathisch. Dort weiss es jemand? Wir möchten gerne die Expansion. Wir möchten gerne die Expansion. Ja, die Expansion des Akkonyms. Wofür steht es? Ah... Für was stehen die Buchstaben? Er hat beschrieben, was es ist. Also, was ist die Ausschreibung von diesen Buchstaben? Aber wir müssten das schon aussprechen können. Das I ist Internet. Das I könnte Internet sein. Ich finde es eher gewagt. Das S steht für Security. Und das T steht für Technik. Ich glaube, die Phasenprüfer gehen heute weg. Also, wenn du einen willst, dann... So, jetzt auch Phasenprüfer für die richtige Antwort. Wir können uns auch noch etwas bringen. Das ist schon nicht so schwierig. Internet, Sicherheit, Zusammenschluss und Schlüsselverwaltungsprotokoll heisst. Aha. Okay, cool. Haben wir dir etwas gelernt? Hey, für das sind wir beim Jeopardy. Da müssen wir etwas lernen. Ja, natürlich. Warum gehen wir denn sonst jetzt? Zum Spass haben? Bier trinken? Oh, come on. Nein, es ist viel zu anstrengend, wenn wir einfach Spass haben. Nein, nein. Wir nehmen das auch Bier ernst. Wir nehmen das komplett ernst. Hier macht niemand Witze. Okay? Sicher einmal nicht in der Schweizer Kabine. Nein. Die Dänen in dieser anderen Kabine hingegen, die sind wir ein bisschen... Also, es sind schon Bier auf dem Tisch, ehrlich gesagt. Also, das ist schon ein wenig kritisch, muss ich sagen. Das... Da bin mir nicht so ganz sicher. Aber wir nehmen das ernst. Okay. Der Zufall hat wieder den Hex gewählt. Hey, also der Hex ist schon sehr attraktiv für den Zufall. Ah, ein Meme. Was ist, bis ruhig und nimm ich das Geld? Was ist, bis ruhig und nimm ich das Geld? Ja, aber er hat schon drei Anliefe gebraucht. Ja, das ist fragwürdig. Was ist, bis ruhig und nimm ich das Geld? Und es wird uns richtig gewertet. Ah, Sie haben es vorhin nicht gehört, weil er nicht noch genug... Ah, da war ein Mikro dran. Ah, das Publikum ist unruhig. Ah, nur... Nur die Moderatoren haben es nicht gehört und sie nehmen Memes fürs Thürste. Ah, was ist der Philosoraptor? Und du schaust schon wieder jemanden am Gamen. Was ist der Philosophische Raptor? Was ist der Philosopher Raptor? Er ist zwar Englisch, aber lassen wir durchgehen. Er hat sich jetzt so inspiriert vom Text auf dem Meme. Das ist natürlich... Memes für 300. Aber, also... Niemand hat sich gemeldet und er sagt... Was ist Kaffeevieh? Was ist Kaffeevieh? Was ist Kaffeevieh? Es sind noch zwei über. Aber nehmen wir Kunstsprache auf 400. Oder? Ja gut, das weiss ich auch, was es ist. Das ist das Thraki. Ziemlich sicher. Das ist diese Serie... Das ist die Serie... Ja, das ist das Thraki. Leute, ich habe schon gewonnen. Was ist das Thraki? Wir müssen eigentlich diese Punkte hier drinnen zählen. Mal auf das Gleiche. Ja, viel zu verwendet. Ich glaube eigentlich, das moderne Zeug ist ja nicht zum Trend, aber... In der nächsten Runde zählen wir mit. Die Frage ist, was sind Spiele von den Tronen? Das ist die Serie, die es vorkommt, aber die Sprache heisst nicht Game of Thrones. Spiele von den Tronen, müssen Sie das korrekt übersetzen? Ja, im Prinzip steht es da richtig, ja. Ja, der Faktor steht. Ja, korrekt. Ja, voilà. Wie wir schon gemerkt haben, seit ungefähr einer halben Stunde... Was ist das Thraki? Die letzte Frage? Das letzte, da darfst du es auswählen. Dann müsste er die Punkte dafür bekommen, dass... Da steht schon, dass der Herr Rosarot das bekommen hat. Aber... Der Cursor ist irgendwie falsch gewesen, also... Das wäre jetzt ein bisschen ein Umpir, aber... In dieser fehlerfreien Software. Oh, 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 oh. Das wäre jetzt... Das wäre Handumschreiben. Und umschreiben. Dann werden die Punkte... Nein, doch auch. Dann machen wir fertig und schauen, was es lohnt. Ah, der Hex hat eigentlich die Punkte gemacht. Ja, was ist ein Satz in Loschbahn, aber korrekt? Ich glaube, es war nicht mehr viel zu... Was ist Loschbahn? Es kommt nicht so darauf an, es hat wieder den Niemann... Der Niemann hat es... Also es ist sehr knapp gesehen, aber eigentlich hat Niemann gewonnen. Von daher, das ist ein bisschen schade. Ja, es hat Niemann gewonnen, aber es wollte leider noch mal spielen, würde ich es mal schätzen. Ja. Der Niemann... ...darf sich bereit halten für das Final. Die anderen bekommen so einen Trostpreis, sie dürfen sie gleich mitnehmen. Und sie freuen sich alle, es ist definitiv ein Erfolg. Ja, das war die Frau in Beteiligung. Ausgenau-Fkleberchen dazu. Von der Digital Courage. Und danke fürs Mitmachen. So, jetzt geht es zur nächsten Runde. Dann brauchen sie eine neue Runde und wir in das neue Laden. Das Netzwerk ausschalten. Und der geht jetzt mal noch das WLAN abschalten, damit er... Damit man nicht sieht, was seine Kollegen gamen. So. Gut, das ist ja noch im Rahmen. An der Stelle noch der Hinweis... An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis... ...die... ...die fantastischen Faserprüfer, die auch gut in der Bühne stecken bleiben, die sind von Schneider, vom Schneider gesponsert. Warum ein Schneider Faserprüfer verkauft, ist mir jetzt auch nicht so ganz klar, aber... Es ist jetzt halt so. Sie haben eine neue Runde so bereit für die zweite Runde. So, sie wären parat für Runde Nummer 2. Die erste Kategorie ist... Sie haben... ...Zitat aus der... ...als erste Kategorie. Das sind Zitate aus Serien und Filmen. Super aktuell. Die andere ist auch sehr aktuell. Die bezieht sich auf Sachen, die nicht ganz so aktuell sind, gerade so im Moment. Also, veraltete Sachen. Die nächste Kategorie, One Second, ist eine Audio-Kategorie. Die nächste Kategorie ist eine Audio-Kategorie. Es ist ein Sekundenschnipsel von etwas und... Sie wüssten gerne, wo die herkommen. Sie spielen es auch mehrmals ab. Sie spielen es auch mehrmals ab. Und weiche... ...Ports-Kategorie. Diesmal aus der Sichtweise, welche Software ist es? Ah, das hat Ports, welche Software gehören. Weil römische Zahlen sind nicht einfach zu doof geworden. Mal wieder ein bisschen was über Top-Level-Domains. Und Top-Level-Domains... Also... Oberst-Level-Domänen. Mal schauen, ob sich da etwas getan hat. Top-Actually Top-Level-Domains. Wer kennt sich mit diesen Kategorien aus? Und traut sich im Finale gegen niemanden anzukriegen. Ja, ich sehe hier vorne etwas. Ich sehe da drüben jemanden. Vielleicht nochmal genau aus den hinteren Rängen. Da kann ich überhaupt nicht sehen. Kommt einfach nicht endlich vor, würde ich sagen. Ich habe ja auch mal in Führung gekommen. So, ich reihe jetzt schon um. Sie sehen da ein, zwei Leute. Wir sind nicht reich genug gewesen. Und... ...wird halt gesagt, der wird aber zurückschickt. So viel müssen wir sehen. Irgendjemand muss auf die Bühne aus dem Grund. Es trifft nicht die Entscheidung, wer die Kandidaten sind. Auch das Publikum entscheidet natürlich nicht, wer die Kandidaten sind, aber... Ja, der war vorher schon. Der war vorher schon da. Der war vorher schon da. Die ersten drei, die da waren. Die ersten drei, die da waren, haben Glück gehabt. Sorry. Wir können theoretisch auch zu viert spielen. Wenn die sich wieder als so völlige Profis herausstellen. Wenn das wieder so Profis sind, dann haben wir noch so einen vierten Notfallkandidaten als Joker dazu. Genau. Einfach nicht an den Kabelschrumpfen, okay? 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 Das... Eigemächtig an der Hardware rumfummeln, das geht ja gar nicht. So, ihr dürft jetzt buzzern. Drückt buzzern und... Moderatorenversorgung, aber doch nicht im Dienst. Uh, Moderatorenversorgung haben ja etwas bekommen. Moderatorenversorgung, aber doch nicht im Dienst. Schau da. Was ist das bloß? Er schnüffelt ein bisschen dran. Und er schluckt! Und auf Ex. Uah! Whisky aus dem... Hey! Er könnte es auch in die Übersetzungskiste bringen, das wäre okay. Der Verlierer kriegt das zweite Glas. Schon offensichtlich. Es stinkt bis zu einem. Also, seid ihr auf der Bühne. Bis zu uns reicht es einmal nicht. So, jetzt geht es wieder um unsere Nicknames. Wir haben Madonius, wir haben ein paar und... Xoroxaxaxx. Einen mit vielen X. Ich habe das ja gesagt. Er hält sich wohl für besonders speziell. Xx... Player 420XXX, oder? Ein riesiges oder ein grosses? Ein riesiges wird bevorzugt. Dann brauchen wir den Zufallsgenerator. Der Zufallsgenerator. Ich brauche wieder den Zufallsgenerator. Ich brauche wieder den Zufallsgenerator. Kann deine Software Slashes am Anfang? Was für eine Frage! Kann deine Software Slashes am Anfang? Ja! Also bei den Rückwärtszecken würde er langsam Angst kriegen. Aber Slashen, das geht. Kein Problem. Und das mit der Ecke geklammert. So, der Jot darf jetzt anfangen, weil er gerne kleine Sachen hat. Du darfst dir jetzt etwas... Oh, so. Sie hat sich aber auch gross. Äh, jetzt werde ich etwas kleines genommen. Nimm TRDs für zwei Monate. Nimm TRDs für zwei Monate. Nimm TRDs für zwei Monate. Die obergeleveligen Domäne. Uh, 20 Arktis. Äh, 20 Arktis. Was ist .ac? Das ist gut rot. Gut rot, aber falsch. Mhm. Er hat aber nicht gedrückt. Du musst doch drücken. Er hat nicht gedrückt, damit wir die Bünke abziehen. Das ist natürlich sehr schlau. Und er macht es auch noch. Und er macht es auch noch. So ein Hoschi. Die Frage ist noch offen. Also du hast jetzt mal schlau. Dexoraksaks. Was ist .ac? Ist genau so. Ein Brot- und Faserpriefer. Haben die es auch schon gehört? Ihr dürft noch mal weiter. Sie dürfen noch etwas rumroten. Das Publikum hat zwar die richtige Antwort, wenn jemand noch einen Punkt verlieren will. Wäre eigentlich 4 oder 3 auch noch falsch. Ja, eigentlich wäre es 4 oder 3 auch noch falsch. Der einzige Gewinnerzug ist, nicht zu spielen. Das Publikum hat gemeint. .aq. Genau. Aha. Und er hat noch einen Faserpriefer und schmeisst ihn einfach nach vorne. Ich glaube, er hat ihn auch Boden geriert. So ein Zufall hat Dexoraks noch einmal gewählt. Alte Sachen für 100 Punkte. Da hat es selten Doppeldi gefahren. Also das Verschlüsselgefahren sollten wir in einer doppelt so starken 3-fach Version nicht benutzen. Und was ist ein Drittel von Triple das? Das war korrekt und es geht weiter. Vom Datenverschlüsselungsstandard. und wählt jetzt aus 1 Sekunde für 500 Haben wir hier Ton? Haben wir hier eigentlich Ton? Gibt es Audio? Wir hätten gerne das Audio vom Rechner Das meint ihr nicht, ja Ich höre es brummeln Ah, man hört es Noch lauter Jetzt erkenne ich es auch nicht mehr Also jetzt erkennt er es ja selber nicht mehr Das tönt nach einem Boot-up-Sound Warum hat er das gemacht? Warum hat er das gemacht? Er wollte das Double Jamer die Haar machen Er hat das Double Jamer die Haar machen Und jetzt ist er wahrscheinlich ziemlich froh, dass es das nicht gewesen ist Hat es denn hier jemand erkannt? Weiss es, jemand? Das ist der Anfang eines Soundjams Die erste Sekunde... Also das ist nur so als Protokoll Das ist wirklich die erste Sekunde von so einem Soundfire Ja, schau, da kommt noch Verstärkung Oh, richtig Es ist die Affeninsel Die Affeninsel Und damit hat sich wieder jemand einen Faser-Prüfer verdient Wo jetzt so ein bisschen in nichts gelandet ist Und der Ploy kommt auch noch dazu Jetzt haben wir noch eine Verstärkung Wenn wir vielleicht die Kiste dort ein bisschen frei rum... Ich gebe mal die Tasche rein Der Techniker hat ja gesagt, dass die Leute im Stream das auch hören Wenn wir das einfach am Rechner machen Das wäre vielleicht cool Wer natürlich den Stream schaut, ist er ein bisschen selber schuld Aber so zwei, drei Plätze wären noch frei Keine Tickets, ja Keine Tickets, ja Oder auch keine Tickets Der Zufall hat doch gedacht, er wird Jot Der Zufall sei wieder, das ist Jot Jot, bist du da? Er nimmt den obersten Level der Männer für 300 Das Gebiet ist eigentlich mit Punkt IO gemeint Die ganzen Startups sind kein Gebiet Ähm... Indian Ocean Territories Genau Das sind die britischen Territorien im Indischen Ozean Genau, ja Eigentlich, wo da gemeint sind Hey, können wir die Punkte haben? Nein, die Ionische Insel ist ein netter Versuch Aber Griechenland ist Punkt GR Es ist eine US-Militärbasis Sonst nichts dort Was ist? Ja, genau Was ist die Ionische Insel in Griechenland? Also ich kann mich nicht an die Ionische Insel erinnern Die gibt es bestimmt schon Aber nicht im Indischen Ozean Ein britisches Gebiet Ist es ein britisches Gebiet? Sag ich doch Dann brauchen wir mehr Zufall Das heisst mehr Zufall Das mit dem Slash vorne Das Slash Madonius Ach, das ist der, ok Ich höre hier grosse Randalen im Publikum Die sind offensichtlich nicht so begeistert Ich möchte da gerne die Antwort raus Im Indischen Ozean Indische Ozean Ja Ja Also das war kein Witz de facto TLD ist für 500 Wenn es schon mal so gut funktioniert hat Mit den schweren Sachen anzufangen Ach, aber es macht Spass Ich bin dafür Oh, nicht gefangen Oh nein, jetzt hat er nicht gefangen Aber es hat wieder jemand einen Phasenprüfer gekriegt Ok Das hat mir jetzt abgezogen Keine Ahnung, was jetzt hier passiert Aber es bleibt spannend So, der Jörg darf weitermachen Ach, ich sehe vorher Das Mikrofon nicht gerichtet Ach, ich sehe vorher Das Mikrofon nicht gerichtet Ah, das ist gesehen Dot sucks Nach der nach der Regelversion 1.03 Ist es in der TLD verboten gewesen Der Justin Bieber Der Oprah Winfrey Und den Daniel Negari zu diffamieren Ich bin ziemlich sicher Dass das Punkt sucks ist Entweder das Was ist Leider nicht Nein Das wäre das Was ist Punkt Was ist der Fick Aber das wäre sehr witzig Das zu machen Ich befürchte auch Das haben die nicht als Gag gemeint Weil die dritten Ich glaube, hätte das echt keinen Witz gemacht Weil die dritte Person hier ist der Betreiber Von der TLD Ja Das Das Was ist Punkt Gewinnen Nein, es ist Punkt sucks I'm pretty sure Es ist Falsch Das Publikum Sagt ganz oft Punkt XXX Das ist nicht Punkt XXX Dort XYZ ist richtig Punkt XYZ Apparently Okay Habe ich nicht gewusst Ich glaube Xorax darf mal weitermachen Der Xorax darf weitermachen Xoraxax Quote 100 Er nimmt Zitat für 100 Das ist schön Das weiss ich sogar Das ist Harry Potter Genau Tatsächlich Der hat ganz gut funktioniert Jetzt haben sie den Seck wieder kaputt gemacht Weil sie ihn vorhin neu verkabelt haben Also nein, sie sind jetzt gerade dran Neu zu verkabeln Dabei hat es eigentlich schon gut funktioniert Und äh, ja Also es würde zu langen Ich würde sagen aus welchem Universum das da kommt Nicht das Internet Nicht das Internet Harry Potter Okay Ja das ist so einfach Für das gibt es keinen Faserprüfer Haben wir schon gedacht Also Man hat mir meine Stimme geklaut Ihm ist die Stimme geklaut worden Aber sie ist wieder da Uh, dafür darfst du Zufall spielen Uh, dafür darfst du auch Zufall spielen Jetzt habt ihr meine Lieblingsfrage weggespielt Während ich nicht da war Das war seine Lieblingsfrage Wenn er weg ist Das ist natürlich Karma Veraltet für 200 Er nimmt jetzt veraltet für 200 Als, was, welcher Kandidat Nein, aber das passt Okay Also wir müssen uns das vorstellen Und der Call hat nur 4 Bytes Um 1 Grad zu adressieren 4 Bytes 4 Bytes Wie ist einfach Einer der Ports auf denen Einer der Ports auf denen Einer der Ports auf den Einer der Ports auf den Postfix in der üblichen Installation Hört Das sind Kittrickfragen Was ist Also es ist Port 25 Und das ist richtig Genau Dort hört der Postfix Fakes. Das passiert halt, wenn man irgendwie drei Mal Probe spielt, mit Kälte von Leuten und jetzt sind wir da. Also ich hätte gerne mehr Ton auf den Monitoren, da vorne. Zuerst. Mehr Ton. Ah, ich höre nichts. Das kann man ein bisschen aufdrehen, damit ihr etwas hört. Ich hätte gerne Softport 200. Und wir nehmen Softport 200, also sie gehören an der aneutarischen Seite an. Was ist der Port 143? Oder 120. Also IMAP für alle, die dir nicht folgen können. Softport 300. Jetzt macht er einen Durchmach. Jetzt zählt er. Hier erwartet Unbound, ankommende Pakete. Da erwartet Unbound, ankommende Pakete. Ich gebe einen Tipp. Ich gebe einen Tipp. Es ist nicht Bind. Weil es ist ja Unbound. Dann machen wir weiter. Okay. Softport 400. So ist jemand mutig. Oh, ein Double Shepard Deal. Doppelt in 4. Jolen aus dem Publikum. Wie viel setzt du? Ich kann mich auch als Negativ setzen. So, die Frage ist jetzt, wie viel wird gesetzt? Kann ich mich aufs Negativ setzen? Ich kann Negativ setzen, aber 300 wird gesetzt. Okay. Ich kann 800 setzen. Ich weiß. Man könnte bis zu 800 setzen. Das weiss er auch, aber... Ja, ja. Das wüsst du so nicht. Oh. Das ist schon mal nicht, muss ich sagen. Ja. Okay. Ich kann jetzt auch nicht empfehlen, mehr oder weniger zu nehmen, weil... Keine Ahnung, was nicht eigentlich dahinter ist. Okay, ein Port, wo Gatling anbietet. 4-4-3-Standwort. So. Zwar nur eingeschränkte Unterstützung, aber man kann das benutzen. Es funktioniert. Ja, Gatling ist ein Web-Server, wo du viel gelöst hast. So, wenn du möchtest, zieh durch. Okay. Jetzt schon zwei Mal beantworten. Das fing ich zuerst, bevor man die Frage sieht, die Antwort geben. Auf diesem Port bin jetzt, muss ich standardmäßig zu einer MariaDB-Instanz. Nein, einfach. Jetzt sind wir mal hier oben. Mhm. Also früher kannte man das auch als Mayeskühe. Früher hat es auch Mayeskühe mal geheissen. Ja, ja gut. Wer benutzt schon? Wer benutzt sowas schon, heim. Was ist Port 3369? Es war extrem nahe, aber leider nicht ganz richtig. Doch einen Faserprüfer. Ja, das ist jetzt halt kein Spingo. Ei, ei, ei. So, der Raksaks darf jetzt weitermachen. Das hat das auch gut gemacht. Ja, ich darf nochmal. Okay, also gut. Okay. Ich nehme Quote 200. Das ist auch ein sehr einfacher, ehrlich gesagt. Also wenn man das nicht weiss, was ist der Schuh von Manitou? Was ist der Schuh von Manitou? Was ist der Schuh von Manitou? Der typische Hackerfilm. Der typische Hackerfilm. Hm. Ich glaube, Translation-Engel haben das Problem da. Ach, was? Haben wir das Problem? Ich würde sagen... Nein! Nein! Wie war es? Uh, Zitat für 400. So. Es tut. Wieso bist du am Brüllen? Weil ich doof bin. Das ist kein Grund zum Heulen. Ich meine... Ich habe mir gehört, nur wenn man schraubig ist. Das ist ein Zitat aus der Big Bang Theory. Die Urknalltheorie. Mehr als null Punkte. Mehr als null Punkte. Willkommen in den Pluspunkt. Ja, herzlich willkommen in den Pluspunkt. Ja, herzlich willkommen in den Pluspunkt. Wirklich als Erste sogar. Die Aussage ist zwar korrekt. Also die Aussage ist richtig, aber ich bin schon vorher in den Pluspunkt gewesen. Da muss man pedantisch sein. Ja, meine ich ja. Ja, meine ich ja. Dann. Machen wir weiter. Weil wir noch keine Punkte drin haben. TLD ist für 100. Also, TLD für 100, weil da haben wir noch nichts. Das ist die beste Kategorie. Das ist die veraltete TLD. Die veraltete TLD für das Vereinigten Königreich. Das ist .GB. Ich frage immer alles als Frage. Hast du gesagt, das oder was? Ganz normal. Das ist .GB. Leute, schaut auf die Punkte. Okay, es braucht glaube ich einen Videoscheidsrichter da, oder? Wir wollen ja nicht, dass jemand mit negativen Punkten ins Finale kommt. Ich meine, wir wollen ja nicht, dass jemand mit negativen Punkten ins Finale kommt. Das wäre ein bisschen kindlich, ja. Ist das möglich? Hm. Ich bin nicht bei den negativen Punkten übrigens, aber okay. Mach mal weiter. Also, ich nehme das letzte TLD. Nachher sind sie leer. Gute Frage. Ja, das ist für Reverse-Name-Auflösung, oder? Gute Frage, erste Frage würde ich sagen. Mal schauen, ob es die da vorne auch wissen. Man kann sich das irgendwie herleiten. Kann man das herleiten? Im Publikum, im Publikum. Ja Mann, müsst ihr einfach auf dem Translate-Stream mitlosen. Ich habe mal wenige Teile gehört. Genau. Hallo. Reverse-Lockup. Endlich. Jesus. Immer wissen wir die Antworten von euch. Ich finde, es hat wirklich den Preis gewonnen. Gell? Also, als Translate-Stream ist man eigentlich noch hinten rein, oder? Dann ist es ziemlich erbärmlich, wenn man es trotzdem zuerst weiss. Es ist ein bisschen traurig, gell? Ja, ja. Wir haben ja noch die Sprachbarrieren. Genau, ja. Wir haben ja noch gesehen. Wir machen das hier in unserer Muttsprache. Okay. Ah, Gott. Zumindest den Kassenbriefer sollten wir schon bekommen. Ja. Okay. Also. Das finde ich eine sehr schöne Kategorie. Ja, ja. Okay. Ja gut, das wäre jetzt das Entweis. Was ist Nyanbüsi? Nyanbüsi! Es ist eigentlich schade, dass sie das ganze Audio nicht da haben. Ja. Mhm. Oh, Zitat für 500. Oh, Quotes. Oh, Quotes. So. Das Schild ist aufgesetzt. Die Teile sind sich bewegen. Man sieht es da. Die grosse Schlacht unserer Zeit. Ich glaube, das ist irgendwie ein Pop-Song, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt ganz spontan gesagt, ein Spiel der Stühle. Weil die grosse Schlacht und so. Aber ich habe keine Ahnung. Der Grabtitel wird auch akzeptiert. Niemand weiss, ob es ein paar Hände sind, oder? Was? Es ist ein Zitat von Gandalf. Okay. Welcher Teile hat er gefragt? Drei. Also. Oh, er hat schon einen Phasenprüfer. Schlaf, Mensch. So, der Jot darf ich wieder weitermachen. Also. One second for 200. One second, 200. 100. Was ist die wunderschöne Maske? Ah, richtig. Was ist die Wartermelodie von Shepardy? So, Meta. Ja, das ist natürlich da, dass man es nicht merkt, dass hier gar keine Musik ist. Dann mach weiter. Also, weiter geht's. Was braucht es, um das da vollkriegen Kleider? Äh. Okay, veraltet für 300. Der Selbststaatshünderantrieb, der ist früher als besonders ökologisch steuerlich gefördert worden. Was ist denn dieser Dieselmotor? Der wird eigentlich immer noch gefördert, wenn man so die Tankstelle anschaut. Total hackerspezifische Fragen. Ja, also für Autofahren, ja. Ich kann nein, veraltet. Ja. Veraltet 400. Veraltet 400. Also, das 128 mit Haschbefahrer ist spätestens seit Flame Malware nicht mehr ernst zu nehmen. Und die Antwort war, MD5. Okay, veraltet 500. Oh, doppelt Jeopardy. Du hast gerade minus 100. Und du setzt... Oh, 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 oh. Oh, 1000 Punkte, Kollege. Okay. Du hast den Respekt aus der Übersetzerkabine. Das Publikum ist einverstanden. Seit spät 2014, dank der Pudel-Attacken, nicht mehr mehr zu empfehlen. Das geht nach TLS 1.0. Ja, okay. Ich muss den Schalach schon klären, aber das schaffen wir. Oh, SSLV 3 ist es gewesen. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ich habe mir überlegt, kann man das fragen, so? Und dann denkt man so, nein, das kann echt niemand. Aber die haben es trotzdem gefragt. Okay, nächste Kategorie. Nächste. Was wären noch drei? Drei Panels sind noch da. Drei bleiben da noch. Ich glaube, es gibt keine Double Jeopardy mehr übrigens. Okay. One second, 300. Boah. 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 Was ist der Anfang der Titelmelodie, der Originalteile von Star Wars? Steinenkrieg. Okay. Unnötig spezifisch, aber okay. Ja, wenn einer es weiss, darf er auch spezifisch fragen, oder? Das ist schon okay. So. Um zu gewinnen, muss ich jetzt wahrscheinlich One Second für 400 wählen. Das kann ich alle antworten. Das ist doch auch sehr schön. Was ist der Anfang von der Rickroll? Was ist der Anfang von der Rickroll, oder? Ich werde dich niemals aufgeben. Korrekt. Sehr schön. Jetzt wird die Entscheidung schwierig. Jetzt wird es schwierig. Oh, schwierig, schwierig. Was? Ich bin nur anonym. Nein. Ich bin nur einfach allein. Hacker spezifisch als Herr der Ringe auf jeden Fall. Weiss man hier aber schon. Weiss man hier aber schon. Das weiss man hier aber schon, oder? Also von Hand auf das weiss. Strecke mal auf. Das weiss man hier mal. Wir haben hier in Vendetta. Du bezogen ist gut. Aber nein. Leider nicht. Es ist aus einer Serie hier tatsächlich. Es ist aus einer Serie. Aha. Ah. So. Wir haben ganz knapp gewonnen. Der Magnonius hat gewonnen. Und er hat positive Punkte. So. Für den Rest gibt es da Digital Courage. Stromkreis. Trostpreis, nicht Stromkreis. Ah, Trostpreis. Okay. Fast das Gleiche. Ein Stromkreis ist auch ein guter Trostpreis. Vielleicht ist es ein Arduino oder so. Dann wäre es ein Stromkreis, Trostpreis. Also ich meine, der Faserprüfer ist ja auch schon näher dran. Ist eigentlich... Ja, es hilft. Also ohne Stromkreis ist der Faserprüfer ein bisschen sinnlos. Oh, den Schnaps. Wir haben den Schnaps vergessen. Wer hat einfach gefunden. Dann jatzt er bitte noch einmal auf die Bühne gekommen. Er tut jetzt den Schnaps noch so trinken. Er kommt tatsächlich. Nächste Runde. Ding, 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 ding. Nut, Nut. Und da kommt das nächste Zeug. So. 13-jähriger Karibischer Rum aus Barbados. Lieb ich hinten im Stream. Alkohol ist böse. Nicht nachmachen. Jetzt testen wir das erste Mal. Schauen wir, ob der für den Gewinner oder die Verlierer ist. Also plus, wenn es nicht Apiceller-Kräutern-Schnaps ist, lohnt es sich eh nicht zum Trinken. Dann kannst du es vielleicht noch zum Putzen brauchen. Jetzt ist irgendwie gerade die Software gestorben oder wie? Nein, nächste Runde. Ah. Boom, baby. Wir haben wieder Kategorien. Jetzt geht's mal in die Kategorie an. Ich möchte mal Cocktails illustrieren. Und das geht's eigentlich. Zutaten zu Cocktails. Dann C3-Logos. Dann C3-Logos. Das ist noch eine schöne Chaos-Community. Dann geht's wirklich um diese Chaos-Gemeinschaft. Also so Airfuck-Logos erkennen und solche Sachen. Soll es sich auch mal lohnen, dass es sich auf E-Stacks begeben hat und sowas? Vulnerable sind die mit Schwachstellen. Schwachstellen. Ihr kennt die Kategorien doch noch gar nicht. Woher wollt ihr schon wissen, dass ihr als Kandidaten geeignet seid? Ihr kennt ja die Kategorie gar noch nicht. Woher wollt ihr eigentlich wissen, dass ihr auch geeignet seid? Vontages. Man muss die Software sagen. Und Hacker im TV. Das ist halt mehr so ein wenig populär. Populäre Kulturen. Kommt mal alle, die wollen. Ich suche was aus. So, jetzt können wir alle. Also, können wir für... Und ich suche mir dann diese Person aus. Okay. Hektisches Säckchen auf die Bühne zu. Los, schneller. Uh, es gibt hier noch... Uh, hast du das gesehen? Der ist jetzt richtig hochgeküpft. Der schon wieder. Also... Also... Das Line-Up steht auf der Bühne. Mal schauen. Es wird immer ein grösseres Line-Up. Uh, da kommt noch einer. Hekt gerannt. Ich habe gedacht, das ist immer ein bisschen Auswahl, aber es hat nicht so geklappt. Er hat gehofft, dass es mir ein bisschen Auswahl wäre. Was kommen wir da rüber? Ein Zeder. Oh, ja. Was steht da drauf? Ich möchte es wissen. Ich mache das schon. Okay. Er macht das. Ich möchte wissen, was es ist. Nein. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, was Dektar macht. Das ist natürlich egal. Was auch immer dort passiert, das ist wahrscheinlich nicht so relevant. Die ersten drei, die sitzen. Die ersten drei, die sich einsetzen können. Ohhhh. Das hätte in die Hose gehen können. Die Frage ist, was ist die Definition von sitzen? Würde ich mal schätzen. Ich hatte gehofft, dass die Zert etwas zu tun. Aber nein. Ich hatte gehofft, dass die Zert etwas machen kann. Aber nein. Ist das meine Schuld? Ja, die Frage ist, hat es sich eben auf den Boden sitzen angezählt? Ich hätte einfach den Boden setzen können. Korrekt. Das wäre natürlich korrekt gewesen. Aber niemand hätte es gemacht. Also natürlich die richtige Antwort wäre gewesen. Könnte man sich auch auf den Boden setzen? Weil es Jeopardy ist. Was machen wir das geliebte Spiel mit den Namen wieder? Jetzt können wir das Namen spielen. Da vorne ist das Publikum. Also. Dort ins Publikum. Schaut ins Publikum. Duracell. Duracell. Ich glaube, der war schon mal. Duracell, du warst doch schon mal da. In ein paar Jahren, oder? Ja. Okay. Jeopardy ist auch schon ein paar Jahre alt. Der nächste. YRLF. 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 Ja. Sehr gut. Es hat funktioniert. 1 plus... U1 plus F4A9. Was? U plus 1... F... Ich kann es leider nicht lesen. Wir müssen den anderen nehmen. U1 plus F4A9. Ah, wir nennen es einfach Günther. Okay, ich glaube, endlich hat mal jemand versucht, einen Unicode-Witze zu machen. Ja, es ist nicht sehr praktikabel. Ehrlich gesagt. Ich nenne den Typ jetzt Günther. F4A9. Genau. A, S, D, J, K... J, K, L, Ö... Also... Was? Und die J, K, L, Ö... Dann können wir anfangen. So, los geht's. Wir brauchen wieder wahrscheinlich einen Zufallsgenerator. Spuren von Willkür. Spuren von Willkür wählen die UTF-8-Charac. Und zwar darf Günther jetzt anfangen. Ja. Der UTF-8-Charakter. Du musst nicht drücken. Du musst nicht drücken, bevor du ausfällst. Es ist ganz einfach. Aber gut gemacht. Die Batterien noch. So. Du musst nicht drücken. Einfach mal. Ja. Ähm. Welchen Cocktail handelt es sich? Ähm. Junk vielleicht? Das ist keine Frage gewesen. Ah, das ist so ein Globi. Aha. Ja, gell? Ja. Ist es vielleicht ein Junk? Wäre eine Frage gewesen. Aber so wie er es formuliert hat, ist es keine Frage gewesen. Ja, also absolut. Doch, das lassen wir gelten. Junk vielleicht klingt doch schon nach Frage. Es war ja nicht Junk vielleicht. Moment. Also einem ersten Teilnehmer hätte ich es durchgehen lassen. Es war absichtlich mit Fragezeichen formuliert. Es war absichtlich mit Fragezeichen. Also. Genau. Ja. Na gut. Kamera, schafft ihr das? Okay. Okay. Also wir lassen es nicht gelten. Richtig! Ja! Weitere. Ja, doch, es hat jetzt gezählt. Okay, alles klar. Von erfahrenen Teilnehmern erwarten wir ein bisschen mehr Präzisierungen. Also erfahrene Leute sollten bitte ein bisschen präzisieren. Ja, ich habe mich da nicht mehr selber ein wenig motiviert. Ja. Okay. Machen wir das mit Cocktails für 200. Ehm, okay. Muss ich selber mal nachdenken. Ja. Nein. Da steht normalerweise Mia. Normalerweise steht dort Mia. Nein, nein. Ich meine links vom RC4. Ja, links vom RC4. Ja, das ist wahrscheinlich der Name des Cocktails. Das ist wahrscheinlich der Name des Cocktails. Ich weiss das. Ich weiss das. Das Publikum weiss das? White Russian. White Russian, ja. Sorry. Ah, ja, okay. Das ist das erste. Also ein weisser Russ. Was ist Vulnerable 100? Verschlüsselt seit Mai ungepatchte Windows-Systeme und treibt Bitcoin ein. Das klingt nach Pet, oder? Was ist ein bekannter Krypto-Locker mit einem Namen? Ich möchte gerne heulen. Aber kurz vor dem Time-Out. Was ist ein bekannter? Ich finde es schön, wenn ich wieder abfumiere. Was ist ein bekannter? Also, mach weiter. Mann für 100. Schreibt spezifische Operanden mit einem Leerzeichen-Trend und gefolgt von einem New Line. Ein Charakter auf der Standard-Apple. Was ist Echo? Correct. In der Testrunde hatten wir auch noch, was ist Yes? Ja, es macht auch etwas so, aber halt mehrmals. Ja, aber es steht nicht in der Mainpage. Aber Echo hat doch auch keine eigene Mainpage. Das ist aber eine wichtige Diskussionsgrundlage. Habe ich geträumt? Aber er hat es noch rausgekopiert. Mhm. Also es ist Shell, Biotin und das Binary. Mit der Main-200. Uh, es ist ein Double Jeopardy. Komm, setzt alles. Aha, er ist nicht so gut mit Mainpages. Was ist das? Ich glaube, wir haben keine hohe Puls. Sollte die nicht irgendwann bei der Höhe sein, aber wir beginnen uns zu trauen. Er nimmt alles. Sehr lieblich. So, Print-Arguments. Entsprechend Format. Das klingt nach etwas, in dem man sich richtig in den Fuss schiesst. UTF-18 gedrückt? Was sagt er? Was ist Print-Format? Print-F. Print-F. Okay. Irgendwann wird wieder etwas gedrucken. Ui. Das haben sie Geld gelassen. Okay. Vulnerable 200. Vulnerable 200. Vulnerable 200. Ein Buffer-Overread. Ja. Wenn man den Buffer-Overread macht, dann erlaubt es einem, Speicherteil vom Server auszulesen. Sehr gut. Der Duracell hat es gewusst. Ich habe leider die Antwort verpasst, ehrlich gesagt. Das klingt nach Heartbleed. Mhm. Stimmt. Wir nehmen Cocktails mit 500. Oh, Cocktails. 500. Jetzt kommt... Was ist Apicellen-Kräuterschnaps? Ah, nein. Ah, nein. Nein, das ist mit Baylis und Wodka. Die sehen ähnlich aus. Aber... Okay, also jetzt müssen wir die Open VRT-Releases kennen. Aha. Es geht nicht so an Cocktails. Das ist richtig. Das hat den richtigen. Gibt's überhaupt... Ja, Cocktails sind halt amix... Hätts überhaupt das Cocktails, ja. Genau so in den Open VRT-Releases. Also ähm... Ja. Offen ist niemand von der Open VRT-Assembly da. Ja. Ja, also... Machen wir mal was. Das müssen wir Jeopardy-Musik auf Schweizerdeutsch übersetzen. Okay. Geben wir mal aus dem Publikum. Nein, bei 52 ist es nicht. Nöte. Irish Coffee ist auch... Irish Coffee ist es auch nicht. Irish Coffee... Nein. Aber... Schon eigentlich recht nah. Aber es ist schön, es kommt nicht in die Richtung. Hast du jetzt beide ausgetrunken? Ja... Nein. Es finde ich aber auch fair, wenn es keiner von der Karte fehlt. Ich weiss ja nicht, was passiert ist. Ich sollte es nachher nochmal im Stream gucken. Vielleicht sollte man nachher im Stream nochmal schnell nachschauen. Du kennst das doch ich nicht, oder? Also... Wer hat es mittlerweile gegugelt? Wer hat es mittlerweile gegugelt? Wer hat es gegugelt? Ja. Irgendjemand hat gegugelt? Ja. Ah, erzähl. Was? Google sagt Budslide. Für mich sicher sagt das Unterlösungs-File auch nicht. Budslide? Nein, das ist glaube ich auch nicht bei uns im Lösungs-File. Selbst wenn es Google sagt. Nein. Orgasmus auch nicht. Orgasmus... Äh... Woher weiss ich, welche es nicht ist, wenn ich nicht weiss wer es ist? Ich weiss, dass es mit B anfängt. Also... Ich weiss, dass es mit B anfängt, aber den Rest weiss ich auch nicht mehr. Ja, ich habe es gehört. Er hat es gehört. Okay, man hat es gehört nicht. Okay. Backfire ist korrekt, ja. Backfire. Backfire. Wo sind sie da? Okay, wir versuchen noch weitere Phaserprüfersuchen. Ja, da. Alles gut. Das ist das einfachste mal schauen. Wer kommt da rüber? Wer? Wer ist das? Es wird das Unfall sein, dass der Y-Type dort auswählen darf. Ja. Uh, er nimmt zwei, drei Logos. Oh. Da bin ich gespannt. Ach. Nee. Tö-tö do-tö-tö-tö-tö-töm-töm-töm-töm-töm-töm. Bamm-bam. So, jetzt haben wir ja Referenzmesse. Also, Alkohol ist wieder da, dann kann es ja weitergehen. Das waren Käsadress und Airfas. Ah, okay. Es ist zumindest verknüpft mit dem Chaos. Dieses ist speziell sicherlich eine Kategorie. Also, die Kategorie, also der ist speziell, der ist natürlich tatsächlich Chaos. Natura-Zolle drückt. Welches Logo hat der Chaos-Organisation in Bochum? Total geraten. Und wie heisst sie? Sie hatten einen komischen Namen in Bochum. Ich weiss ihn nicht mehr. Ich fühle sich, das muss dann wohl eher als falsch gewertet werden. Es gehört leider als falsch. Ist es überhaupt Bochum? Ja, nein, vielleicht. Nein. Die Region ist ja komplett ab vom Schluss. Ist denn jemand von da da? Okay, ist jemand von dieser Gruppenjährung da? Ja, ich sehe ein paar Leute. Okay, Chaos-Pot. Essen ist das? Aha. Essen. Das ist doch Bochum. Kirchen war Essen. Ach nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Es ist Kirchen. Nein, okay. Aber das reden wir nicht. Ja, hätten wir Karls West gesagt, oder? Karls West, ja. Dann darfst du, nein. Das UTF-8-Zeichen darf weitermachen. Das UTF-8-Zeichen darf. Sehr schön. 100. Hacker-TV für 100. In dem Film darf sich Matthew Broderick in The Whopper in War dialen. Also, das ist ein echter Klassiker wahrscheinlich. Also, ich meine, aufgrund von Matthew Broderick würde ich sagen, Kriegsspiel 1983. Wie beschreibe ich Wargames? Wie beschreibe ich Wargames? Genau. Für die Jugend. Ich habe gedacht, dass ich zum FTC-Server passt schon. Das ist nicht der, der Angelina schon ein bisschen nackt ist. Das wäre Hackers 1995. Also, 10-3-Logos für 100. Boom. Du erzählst, pass es. Wie sieht das Logo von Millyways aus? Wie sieht das Logo von Millyways aus, nachdem man den Namen rausgemacht hat? Nachdem es den Namen ausgenommen hat. Man müsste eigentlich jetzt darüber ziehen, das ja. Weiter machen wir die Hackers im TV. In dieser Serie wird ein sprechendes Computerauto mit einem Joystick gehackt. In einer Folge dieser Serie. Also, in einer Folge ist es, nicht überall. In einer Folge dieser Serie. Was? Ich wusste nicht, was es in Nightrider passiert. Was passiert in Nightrider, ja. Okay. Weiter. Alles gut. Machen wir das unten weiter. 10-3-Logos für 500. Ist eigentlich das Double Jeopardy? Nein. Okay. Ist es heute schon erwähnt worden? Ich drücke es jetzt mal drüber und denke jetzt darüber nach. Okay. Verunsichert. Ja, dann frag halt. Wie sieht das Logo vom Karlsdreff Bochum aus? Weil, 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 wenn man so, es kommt doch ein 90 Grad dreht, ist das unten ein B. Ja, 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 richtig. U, B, richtig. Aha. Was ist der Shackspace? Dann der erste, was ist der Shackspace? Das ist doch ein S, du Witzbold. Das kann man doch lesen. Das kann man doch lesen. Das ist kein S. Das ist zu klein. Das ist kein U. Ja. Ja. Das habe ich heute schon mal beim Quiz verloren. Wie sieht das Logo von Karlsdreff aus? Wie sieht das Logo von Karlsdreff aus? Genau, geht doch. Ja, okay. Danke für die Blinkenrockets. Also, weiter. Okay, weiter. Warum haben wir den überhaupt auswählen? Ja, hat es gewusst. Er hat es gewusst. Er hat zwar zwei Mal verhauen, aber okay. Okay, ein Mände-Mittel-Angriff auf TLS durch die Downgrade von Tiffy-Helmen-Kirch. Was ist Pudel? Nein, Pudel ist es nicht. Oh. Ja, da gäbe es noch irgendwie... Ihr habt doch eure DH-Kis neu generiert, weil die blöden Standard-Kis... Oh. Ihr habt doch eure DH-Kis neu generiert. Ihr habt doch hoffentlich alle eure DH-Kis neu gemacht. Welche Websaber betreibst du? Ich. Nein. Zum Glück werden keine Websaber von diesem Teilnehmer betrieben. Das heisst, jetzt kommt es nicht an. Also, wer weiss es? Lock-Chem. Lock-Chem. Oh. Niemand erwischt. Das Schöne ist, dass die Fax mittlerweile Namen haben, weil die TVE-Nummern-Raten war irgendwie nicht so spannend. Ja. Ich denke, Jus darf mal weitermachen. So. Den Nöchsten darf weitermachen. Also Jus darf weitermachen. Fühlt sich benachteiligt vom Zufall. Also die anderen. Das ist doch 300. Machen wir. So. Flexibles Werkzeug zum... Das müsste ich glaube sogar... ...DNS-Nameser abfragen. Okay. Es ist dick. Das kann nicht mal DNS-Sack. Das kann nicht mal DNS-Sack. Meh. Dann machen wir die Manpage 400. Du hast es. Was ist IP? Was ist IP? Also nicht mehr IF-Config brauchen. Pst. Schlecht. Ganz schlecht. Ja. Okay. Machen wir noch die Reihe fertig. Man500. Jede Session wird erhalten und überlebt vorübergehende Unterbrüche. Was steht bei Temox? Was steht in der Manpage von Temox? Genau. Man nutzt jetzt Temox. Genau. Man kann das Kontroll-B auf Kontroll-A umstellen, dass ihr euch nicht so umgewöhnt. Man kann also Kontroll-B auf Kontroll-A umstellen. Das ist... Voll nervig. Ja. Hacker sind TV für 500. Wir machen weiter mit Hacker sind TV für 500. Der Film spielt teilweise im CCH. Ah, und zeigt Ingold Pflück bei seinem verwendeten Datex-P. Aha. Interessant. Also für das Fotokoll, es ist im vollständigen CCH. Ja. Und direkt die Frage, was steht, was ist Datex-P überhaupt? Nein, der Antwort würde die Junghacker verunsichern. Ein Teil der Antwort würde die Junghacker hier wahrscheinlich verunsichern. Zufälligerweise auf der Anfangsbuchstabe vom Filmtitel. Ich hoffe, der ist hier. Es ist doch so ein gewisser Anfangsbuchstabe vom Film, ja. Es bringt niemandem öffnen. Ja, dann sage ich halt mal einfach, der Einzige, der mir einfällt, Peng, du bist tot. Wenn du wollen, meinst du, der ist total gut. Ja, ja, ein guter Film. In Deutsch und so. Mit Ingolz Lück und total toll. Okay. Es ist total... Das hast du doch kurz gerade gesagt. Ja, gell. Hallo? Hey, das Translation-Team kriegt einen Faserprüfer. Nein, ich sitze da hinten. Ein bisschen weiter rühren, bitte. Aber wir wählen Duracell. Also, Duracell. Gut, du kommst als nächstes. 10,3 Logos für 400. Achso. Hä? Nein. Welcher Hackerspace ist das? Was ist Chaosrauten? Nein. Ich habe dir gesagt, dass das nicht die Hunderter sind, aber ich wollte die bei 100 hinmachen. Tipp, er wollte die bei 100 hinmachen. Tipp, er wollte die bei 100 hinmachen. Mich verbindet es, geht egal, ob ihr Routen darauf so extrem. Ja, da wird aber gelb in der Mitte. Was ist das Logo vom Chaos-Computer-Club München? Richtig gerätelt. Sehr gut. München, nicht Bayern. Geile Routen, weil München, nicht Bayern. Äh, äh. So, äh. Cocktails für 300. Mmh. Wir sind wieder wie OpenWRT. Ich glaube, so ganz Beding-Edge ist das nicht mehr. Äh. Also, wenn man den Release-Namen Beding-Edge-Stand schreibt. Und wenn man bei einem einzelnen Start-Estatus-Namen gemacht. Irgendwer kann das bestimmt live sagen, von wann wir müssen 6 Tonnen. Irgendjemand wird doch sicher wissen, wenn die Revision von 6.04.1 gekommen ist. Also, von der Länge, von der Lücke und von meiner Ahnungslosigkeit über alkoholische Getränke würde ich jetzt einfach sagen, äh, Martini. Nein, das ist kein Margherita. Okay, Margherita ist es nicht. Gut. Also, ein Routker Margherita schüttet hat sein Leben nicht mehr im Griff. Tja. Das ist tatsächlich ein Bezug. Also, das ist wirklich ein Bezug. Also, wer Bleeding-Edge-Stand benutzt, begeht das tatsächlich. Okay, dann passt mein Name nicht. Ah, Kami Kaze. Okay. Ich habe es mir überlegt, aber für einen Zombie ist es zu wenig. Ja. Okay, hat er recht. Das UTF-8. UTF-8, machen wir weiter. Verletzlich für 300. Die am Tag 1 in diesem Saal thematisierbarkeit betrifft WPA 2. Was ist Krog? Krog? Mega. Du darfst gleich die nächste frei aus. Also, wähle die nächste aus. 400. Gleiche Kategorie. Uh, es ist doppelt, Schwerdi. Oh, doppelt. Da hat jemand das Spiel verstanden nach drei Runden. Aha, da hat jemand das Spiel verstanden nach drei Runden. Er hat eigentlich 600. Mal eineinhalb. Also 600. Das ist ein bisschen schwach. Oh. Er hat jetzt schon gedrückt. Ja. Was ist Teil von Shellshock? Ja, das ist korrekt. Ich sage jetzt nicht, dass unser Testpublikum konsequenterweise gesagt hat, was ist eine Forkbomb. Okay, ich sage jetzt nicht, dass unser Testpublikum konsequent gesagt hat, was ist eine Forkbomb. Da fehlen weiter Doppelpunkt und ein Pipe. Perfekt. Na ja, deine Antwort war super. So, also nächst. Hm. Sagen wir mal Hacker im TV für 300. Was haben wir hier? In dieser Serie hat der Held einen Latenzabdruck auf einer Handabfläche lesen benutzt mit Hilfe einer abgekratzten Wandfarbe unter einer Jacke. Abgekratzter Wandfarbe. Okay. Das haben wir alle gesehen, haben uns gedacht, boah, wie unrealistisch als Schwachsinn. Und dann kann Starbuck mit das Forkbomb. Und dann dachte ich, das ist totaler Blödsinn. Und dann kommt der Starbuck und macht das einfach. Ja, so ist es mit den unrealistischen Hacker. Also die Antwort ist nicht, was ist Mediaccc.de. Nein, weil in dieser Serie braucht Starbuck eine Kamera. Und ja. Man kann es auch raten. Man kann schon raten, wer macht denn sowas. Also ich meine, ja, also wahrscheinlich ist es mit dem MacGyver, oder? Ja. Ist es der MacGyver? Was ist MacGyver? Sehr gut. Ohne Hilfe. Ja, das ist fast ohne Hilfe gegangen. Die Hilfe ist für alle, das ist von daher fair, oder? Also, ja, okay. HackerTV 400. So. In dem Film von 1998 geht es um den Karl Koch. Um was geht es im Film 23? Sehr gut. Ja, ich sage jetzt den Titel lieber nicht, Leute. 23 nichts als die Wahrheit, aber das ist es nicht. Nein, das ist das Motto. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Uh, jetzt darf er wählen. Jetzt ist er 300 und 400. Also, 300 und 400. Ich nehme zuerst 300. So, Logos. SMD-Lotkit. Hm. Okay. Wir haben 400 Leute liegen lassen. Was toll an diesem Lotkit ist. Ich will sagen, wie es heisst. Das ist das geile SMD-Lotkit. Könnt ihr eben noch kaufen? Kitchen-Kopf heisst das. Wie ist das Logo von der Kitchen-Kopf? So heisst der Bausatz. So heisst es eigentlich der Bausatz. Ja, hätte es so können sein. Mutiger Versuch. Voll, wie ihr alle aufgepasst habt, als wir die Preise vorgestellt haben. Aha. Ich finde es lässig, dass wir so aufgepasst haben, als wir die Preise vorgestellt haben. Keiner hört es an. Ja, gut, dann äh... Ja. Es ist... Oh! Binary Kitchen. Alles klar, alles klar. Wir haben die letzte Frage und die machen wir... Hände auf die Buzzer. Letzte Frage, Hände auf die Buzzer und los. Den Cocktail rührt man lieber weg. Also wer im Tag vor uns war... Wer im Tag vor uns g'si isch... Der weiss es. Was isch ein Molotow... Was isch ein Molotow-Cocktail? Das isch es. Und wir haben es geschafft. So fucking geil. Moment, wenn das links unten irgendwie das Werfen von Molotow-Cocktails gut heisst, Also ich meine, das Werfen von Molotow-Cocktails ist nicht unbedingt gut, aber das wird einem halt so unterstellt von den bösen repressiven Staaten. So, der Gewinner dürfte gerade da bleiben. Der zweitplatzierte ist äh... Ach, das UTF-Zeichen. So. Darf das sich was aussuchen? So, als UTF-Zeichen darf sich da was aussuchen. Äh, Blinkenrocker zum Beispiel. Dann bekommt es Dingi und dann so. Okay. So. Und ich habe gehört, Alu Burka is in the house. Also ich habe gehört, Alu Burka isch da. Isch im Gebäude. Wenn Freddy so klatscht und ist sie da. Bitte ein grosser Applaus. Oh, Alu Burka isch da. Der Gewinner vom Vorjahr. Bitte einen Scherpenträger. Bitte einen Scherpenträger für Alu Burka. So. Sehr gut. Perfekt. Es gibt Hilfe. Ich finde es schön, dass man das Kruschelau gehört im Stream. Also in dieser Zeit bitte kurz die beiden Ausscheider aus der Vorrunde. Wir haben da noch die Elektronikbausätze. Also können wir nochmal hier hin? Sollen wir schon aufstehen? Aufstehen? Also sollen wir schon gehen? Nein, nein, nein. Jetzt wird gefragt, ob sie schon selber gehen oder ob sie ja spielen dürfen. Haben wir ja keine Chance. Sonst haben wir keine Chance. Oh mein Gott, Alu Burka. Nur echt mit Gold. Nein, nein, nein. Alu Burka. Wir könnten den Brunnen anschalten. Wir könnten den Brunnen anschalten. Oh ja, das wäre witzig. Und dann fällt die Elektrik raus. Die Motorradversorgung ist wieder da. Ein sehr süsser Sherry. Okay. Ein süsser Sherry. Ich habe mir jetzt einen Namen geholt. Ich habe jetzt einen Namen verdient. Er hat sich... Er hat es jetzt gesehen, Ryo. Okay, kann man machen. Teil den Biss dem Bediener mit. Ich wollte es auch dir sagen. Ich wollte es dir sagen. Nicht nur dem Bediener. Also ich kann es einfach... Ja. Also ich habe den Biss hier auch cool gefunden. Ja. Also ich meine, niemand will sich mit Wim auskennen. Das kann ich auch schon sagen. Du musst noch den Knopf drücken. Jetzt rufen wir mal auf den Knopf. Okay. Okay. YRLF. So. Gleiche nach mit zwei Runden. Das ist ein bisschen... Langweilig. Langweilig, ja. Das machen doch alle. Ja. Bitte backslash Madonios. Ja, Little Bobby Tables, wir callen ihn. Little Bobby Tables nennen wir ihn, ja. Ich muss es halt probieren. Alu Burka. Hat Alu Burka einen eigenen Soundtrack? So, die Finalkategorie kommen dran. Back Latex. Uh, es geht um... Es geht um Latex Leather. Ah, okay. Es geht um Latex, ja, nicht um Latex. Aber ich glaube, die Unterschiede sind nicht so gross. So. Also Sachen, die eine Latex-Formel darstellen. Ihr würdet auch gerne wissen, was ist das Ergebnis, wenn man den Code ausführt. Im Finale werden die Schrauben angezogen. Ja, im Finale wird es halt richtig hart. Einfach auswächeln, 8 durch 3 und endlos aufsagen. Also wenn zum Beispiel steht, Frag 8, 3. Soll man nicht sagen, 8 durch 3, sondern ausrechnen, was es ist. Und halt unendlich lang die Zahl aussprechen. So. Also Gesetze, und zwar so generell, also man sollte kennen, Programmierfehler. Ist das nicht so, da geht es so um unseren Coach-Nübsel, den wir hier besprechen. Ich hätte gerne, welcher Fehler ist hier dargestellt. Ja. Nein, nicht auf GitHub gefunden, leider. Also ich habe mein GitHub gefunden, wenn es Programmierfehler sind. Und was ist ein, was auch immer Fehler. Ja, also was ist ein... Was ist ein XY-Felder so? Und wir möchten nicht... Ja. Okay. Wer die Zahlen zeigt. Okay, wir wollen nicht die nächste Zahl wissen, sondern das Gesetz, das die Zahlreihe beschreibt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 5... Was ist die Folge von natürlichen Zahlen? Dann geht es um RFC. Okay. Beschreibung von RFCs. Wir glauben tatsächlich, dass es funktioniert. Ja, das kriegen wir hin. Mal schauen. Mal schauen. Ich meine, bei dem Translation-Team wissen es am wenigsten wir, oder? Wir sind zuversichtlich. So. Total zuversichtlich und optimistisch sind wir, ja. Und ich glaube, ihr, wenn ihr gebührt, Alu Burka, leg mal los. Gut, Alu Burka. Programmierfehler. Programmierfehler? 400. So. Xarel hat gedrückt. Was ist der Fehler? Man vergisst bei Yves, damit das zweite Statement immer ausgeführt wird und nicht nur nach der Yves-Bedingung. Also, wenn man das kompilieren würde mit W-Misleading-Indentation, wäre das nicht passiert. Fack rät von einem Cocktail ab. Das macht mir Angst. Also, der Cocktail wird aus schlecht benotet. Ja, okay. Die Länge vom User-Controlled-Input. Super. Es ist gedrückt worden. Was? Ja. Was ist das Problem, dass der String nicht null terminiert ist und vielleicht Quatsch verglichen wird? So, ja, das ist es nicht. Dann ist die Eingabe auch kaputt. Ja. Ich glaube, es ist neutral. Okay. Neutral. Wäre es für falsch? Das Publikum scheint sehr gespalten wie der Frage, neutral oder falsch? Okay. Also, was wollen wir gehört? Ich würde sagen... Es ist also A. Was ist nicht Constant Time? Was ist nicht Constant Time? Das kommt in der echten Welt tatsächlich vor. Ui. Das gibt es wirklich. Programmierfehler 300. Programmierfehler 300. Okay, machen wir bitte. Was ist falsch, wenn man doppelte referenziert? Programmierst du noch häufiger in C? Er programmiert offensichtlich wie viel Fehler in C, konkret. Also, bitte. So, was ist hier der Fehler? So, nochmal Programmierfehler 200. Was ist ein Stack Overflow? Was ist ein Buffer Overflow? Buffer Overflow. Können Sie nicht? Hättet ihr mal aufheben können. So, jetzt machen wir noch das Letzte. Das hätte eigentlich sehr trivial sein. Ja. Was ist ein Endlosschleifen? Ein Endlosschleifen. Was ist ein Endlosschleifen? Ah, okay. Er hat eigentlich die Kategorie eingereicht, aber er kann sich nicht daran erinnern, das gemacht zu haben, aber er übernimmt, dass sie keine Haftung haben. An dieser Stelle noch ein kurzer Einschub. Also, danke allen, die die Fragen eingesehen haben. Es ist echt sehr schwer, solche Fragen auszudenken. Also, wenn er hier noch... Wenn er da im Raum sind, mieten wir da das restliche Zeugs. Ein weiterer Dank an alle schrecklichen Leute und dem Muzi C, die mitgeholfen haben. Danke vielmals von allen, die da mitgeholfen haben, dass das da stattfinden kann. Ja, aber jetzt geht weiter. Gut, weiter geht's. Wir machen jetzt. Also, die anderen dürfen schon mitmachen. Was ist 23? Was ist 23? Jetzt machen wir die Lattex durch. Gut, Lattex 200. Kopfrechnen ist jetzt so. Was ist 240? Was ist 240? Ach so. Ich kann im Kopf Zahlen zusammenführen. Wow. Das ist schon grenzwertig zur Magie, würde ich sagen. Lattex 300. Was ist ein zweiter? Was ist ein halbes? Was ist ein halbes? Richtig. Richtig. Wir hätten doch die schwierigeren Fragen nehmen sollen. Wir hätten doch die schwierigeren nehmen sollen. Und bei 500 muss ich sicher P gleich NP beweisen. Aber das sollte ja kein Problem mehr nehmen. Wenigstens Double Jeopardy dann, oder? Also, Lattex 400. Das kann eigentlich jetzt nicht so schwer sein, ehrlich gesagt. Ja, also, E hoch minus Pi halbe, das ist dann einfach der... Ja, das ist ja klar. Aber die Elayne hat es auch noch. Was ist eins? Das ist eins, ja. Den Gesichtsausdruck der restlichen Stepperdie-Teilnehmer. Es ist sehr nett, was hat der Gesichtsausdruck von anderen Leuten gesehen auch so, was? Ihr wusstet nicht, worauf ihr euch einset. Ihr habt nicht gewusst, worauf es rausläuft, hm? Mach einfach. Los, trau dich. Ah, ein Integral. Halte mal jemand die Augen zu, da kann ich jetzt andere schreiben. Ähm. Was ist eins? Und es ist sogar typografisch korrekt. Okay. Möchtest du es mal erklären für alle? Dass die vielleicht auch verstehen, was es geht. Das Problem ist Geschwindigkeit. Das Problem ist, dass ein Zettel fehlt. Und ein Zettel zum Ausrechnen. Lies es doch mal vor. Lies es doch kurz vor. Also das Integral von Orbis P2 von Cosinex und Grundfunktion ist Synuxes. Und das Sinus von Pi halber, das haben wir vorhin gerade gesehen, das ist ein Scheißer von Orbis 1 zu 1. Und ich habe dir gesagt, das ist einfach. Aber natürlich ist das auch genau. Ein Sekt. Ich habe doch gesagt, das ist einfach. Genau so haben wir uns das vorgestellt. Genau so haben wir uns das vorgestellt. Also wenn ich mein Informatik-Zweitstudium gemacht habe und irgendwie dort in der Vorlesung gesessen bin und da in Basis-Elektronik sind so integral gerechnet worden und ich bin irgendwie der Einzige, das die auch lösen konnte. Selbst für den Übungsleiter ist das irgendwie schwierig gewesen. Und es tut mir sehr leid für die anderen. Wir müssen ja alle mal das geile Rechenbuch holen. Also ich meine, ich würde sagen, das Germanistik-Erste Studium ist da doch klar die bessere Wahl gewesen. Aber machen wir mal weiter. Also RFC wäre das Schuh. Okay, andere Kategorie. Also RFC wäre das schöner Muster. Dann machen wir RFC 100 halt. Okay, machen RFC 100 in dem Fall. Wir könnten doch vielleicht mit einem Wasser in die Absteckung. So. Und Aluburka weiss schon. Was ist HDDP? Was ist HDDP? Ja, es ist richtig. Und ja, es ist richtig. HDDP. Okay, RFC 200. Welt Aluburka. RFC 1149. Und Xero weiss schon. Nein. Nein. Sorry. Also 12 Netzwerkwahrheiten sind es nicht. Die sind erst später gekommen. Ja. Ich weiss es nicht mehr genau. Nicht reinreden. Was ist IP over avian carrier? Oder auf gut Deutsch IP über Brieftauben. Also, oder auf gut Deutsch IP über Brieftauben. Also sozusagen, was man im WLAN hat von der Performance her. Also nichts gegen Snogs. Snog gemacht, aber gut. Grüße an Henrik noch. Hey, ich glaube unser Tisch hat nachher kein Internet mehr. Ich glaube unser Tisch hat nachher kein Internet mehr. Henrik macht aber nur WLAN. Ja. Gesetze für 500. Okay, Gesetze für 500. Ja, wenn denn ne? Ooooooh. 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 Ich bin gewesen, dich vorher einen der anderen anzuschauen. Komm jetzt mach. Jetzt weisst du noch nicht mal, worum es geht und musst dich schon entscheiden. Ja, jetzt weisst du nicht mal, worum es geht und musst dich schon entscheiden. Aber, äh, was ist zwischen welchen Beträgen dafür auswählen? Alles bis alles? Null bis tausend? Null bis tausend kann man auswählen. Okay. Und es wird jetzt wild durcheinander gespielt. Tausend ist jetzt vor eingestellt. Ich empfehle, er nimmt tausend. Mach. Okay, 50. Äh, 50, okay. Bist du dir sicher? Bist du sicher? Alles eure Schuld. Dann sind sie doch selber Schuld. Also, weisst du, du musst nachher gerade aufs Publikum laufen. Wenn du mit Gewinn rauskommen musst, dann... Ja, es ist eben unmöglich, wenn ein kleines Wunder passiert. Go in style. Ja, aber dann doch alles... Okay, also 50. Jetzt ärgerst du dich, Alain. Ah, ha, ha. Okay, jetzt ärgerst du dich aber. Und womit? Mit Recht. Schöne Scheisse. Also, du weisst, wir haben die Lösung. Also, ich finde, die Selbstbezüglichkeit der Situation ist aber genial, oder? Schöner konnten es du uns nicht erklären. Viel schöner hätte es uns nicht erklären können. Was ist Situationsironie? Äh, nein, Quatsch. Was ist Situationsironie? Was ist an Murphys Sitz? Nein, nein, genau. Du hast dich ja gut gesetzt, ne? Hast du gut gesetzt? Ich bin sehr stolz auf dich. 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 Ich will überhaupt nicht, ich bin der Einzige, der 50 Punkte hat. Ich will behaupten, ich bin der Einzige, der auf 50 gekommen ist heute. Ich bin der Einzige, der jemals 50 Punkte hatte im Gesamten. Ja, da vielleicht sogar in der ganzen Geschichte vom Hepper Jeopardy überhaupt. Das geht ja eigentlich nur, wenn man als allerersten Double Jeopardy macht. Aber doch nicht direkt als erstes. Aber doch nicht direkt als erstes. Also, schau mal die letzten 20 Jahre Streams an und schickt uns einen Screenshot. Also, wir nehmen Gesetze für 300. So, was? Was ist Occam's Razor? Ja, wer schummelt, der kann schneller lesen. Ich habe die Wikipedia vorher gelesen, das gilt nicht. Die hat vorher Wikipedia gelesen, das geht nicht. So, Gesetze für 400. Was ist Parkinsons-Law? Was ist Parkinsons-Law? Was ist Parkinsons-Law? Was ist Parkinsons-Law? Ist das nicht das? Ich fürchte, ich fürchte, du hast es nicht. Es gibt ein Parkinsons-Law. Also, ich glaube, das P stimmt. Sorry. Falsch, das gibt Punkteabzug. Ich kugle hier, nehme ich gerade mal, was Parkinsons-Law ist. So, die im Publikum dürfen schon mal die Hände rauf haben. Es ist irgendetwas mit... ...selbstbezügliches Gesetz. Ein Freund von... P. Was ist Hofstädter's Law? Was ist Hofstädter's Law, richtig? Oh, ups, falsch gerettet. Also, Hofstädter's Law. Noch einmal rausgerettet da, he? Also gut, Gesetz 200. Gut. Was ist im Godwinses-Gesetz? Darf ich einen Turing-Test einfordern? Darf ich einen Turing-Test einfordern? Er fordert einen Turing-Test! Er fordert einen Turing-Test ein. Also, nur für die, die es interessiert. Das Parkinsons-Law sagt, arbeitet sich genau in dem Mass aus, wie es Zeit für eure Erredigung zur Verfügung steht. Okay, also ich glaube... Nicht in dem Mass, wie komplex sie tatsächlich ist. Wohl v.a.m. Alpha. Moment mal, das könnte natürlich schon... Es könnte schon sein, he? Oh, ich wollte es mal aufgeben. Wenn die Zeit erlaubt, und es könnte knapp aufgehen, gibt es eine Finalfrage am Ende. Wenn man es im echten Jeopardy halt macht, also nachgedeckt. Und dann gibt es sozusagen ein Aue oder nichts, und dann geht es auf Papier. Und dann kann alles noch komplett anders werden. Alles anders. So, Gesetze von 100. Gesetze von 100. Ihr könnt auch einfach schnell drücken, bevor ihr die Frage gelesen habt. Genau. Also, dann darf ich jetzt einfach drücken, bevor man gelesen hat. Das ist Regeln 34. Du kannst einfach drücken, wenn du glaubst. 100 weisst du auf jeden Fall. Du kannst einfach drücken, du weisst, und das ist das, was er auch gemacht hat. Ja. Das habe ich doch. Die längere Leitung. Hast du welches technisches Problem? Sein Kabel ist kürzer. Ja, okay, das erklärt alles. Du willst sagen, die Lichtgeschwindigkeit... Du willst Highspeed-Trading machen? Ich finde, ich gehe gegen ja... In Kupfer hast du maximal 0,7. Es ist ja nicht Lichtgeschwindigkeit durch Kupfer, aber ja. Ja, Kupfer ist maximal 0,7, aber... Okay, dann für vollständige Sequenzen 100. Sequenzen 100. Okay. Fibonacci. Fibonacci, ja, das war nicht so schlecht. Ja, das war korrekt. Okay, 200. Okay, dann machen wir weiter. Was sind das für Zahlen? Er weiss es. Was ist X hoch 3? Was ist die Folge von Kubik-Zahlen? Nehmen wir 300. Also Nachkommastelle von Pi. Nice. Nachkommastelle von Pi. Oh, er hat auch noch etwas gewusst. Er hat mir etwas sagen. Er hält die Fahne hoch. 400. So, 400. Wenn denn, ne? Was ist... Was ist... ist... Kommt, sag. Was sind Primzahlen in Binär? Wow. Nicht schlecht. Das war das erste Mal wissen. Du darfst weiter machen. So, du bist dran wieder. Aluburka, du darfst auch mitspielen. Aluburka, du darfst auch mehr machen. Genau. Ich versuche zu überleben. Ich weiss, ich werde das bereuen, aber... Ich weiss, ich werde das bereuen, aber... Aber welche Diät auch immer du machst hast, Aluburka, die war nicht gut. Ich wollte es euch nicht sagen, aber... Was haben wir für eine Diät gemacht, das ist Aluburka, die ist nicht gut. Gewisse sind mega schlimm. 500. 500. RFC 500. Double Jeopardy. Ohhhh. Z50. Kurze Frage ans Publikum. Das Publikum möchte, glaube ich, dass er alles setzt. Alles, alles. Und ich würde sagen, wir hier sind auch der Meinung, alles. Wir haben doch keine Zeit. Ich frage ans Publikum, darf ich das Spiel kaputt machen? Ich frage ans Publikum, darf ich die Spiele kaputt machen? Ich würde gerne eins. Ich hätte gerne eins. Doch schon. Wir können alles, aber du willst alles. Komm, du wolltest doch alles. Alles andere bringt nichts. Komm, ein Scheitchen. Alles andere ist eh sinnlos. Der Punktestand ist nicht eingeblendet, aber... Der Punktestand sieht man halt nicht. Könnt ihr das mit alles aufhören? Hört doch auf mit dem Alles. Liesli. Schlägefuchs. Pst. Der ist hier in einer schwierigen Quiz-Situation. Der ist hier in einer schwierigen Quiz-Situation. Ich möchte auch darauf hinweisen, gewinnen ist nicht alles. Also gewinnen ist ja übrigens nicht alles. Die Preise werden in der Reihenfolge vergeben. Als er am zweiten Platz kann mit viel Glück den Brunnen nehmen, wenn der erste den 3D-Drucker nimmt. Er nimmt 100. Was ist denn das hier? Wir sind der Meinung gewesen, eines der Nummern kann... Wer hat gedacht, einige von diesen Kettenmaschinen... Also, er kann lösen. Und? Ja, aber du bist nicht dran. Also, es ist etwas anderes, was zu lösen kann. Also, die Frage wird geöffnet, wenn er es nicht beantworten kann. Er hat noch eine Chance. Ich kenne Leute, die haben das als Autokennzeichen. Ich meine, ich habe halt nur wenige RFCs gelesen. Was ist FTP? Leider nicht FTP. Okay, ich meine, das war schon da. So, jetzt ist es offen. Ist das eigentlich nur 100 Punkte für dich? Das wissen wir nicht, aber das werden wir sehr schnell rausfinden. Das müsste eigentlich die normale Punktzahl geben. Aber ich glaube, mit etwas anderem verwechselt. Ich möchte... Gibt es ja das 822 und 822... Hm, okay. Ich weiss es, aber ich sage es nicht. Ich weiss es, aber ich möchte es nicht sagen. Gibt es das andere Paar? Was ist das Internetprotokoll? Nein, es ist nicht das Internetprotokoll. Nein, nein, es ist ja nicht das Internetprotokoll. Ah, sorry, Aluburka. Go ahead. Ja, ich habe falsch geantwortet. Äh, die letzte falsche Antwort. Ja, ich habe falsch geantwortet. Ah. Also, es ist natürlich das Internet. Also, das ist ja eines der wichtigsten. Also, das Internet ist eines der wichtigsten. Eines der allerwichtigsten. Das Internet. Ich meine, alle RFCs sind Internetprotokoll, oder schlussendlich? Also... Also, es ist schon das Internet, aber es ist ja nur nicht wirklich elektronisch. Also, für Avian Carriers gibt es praktische Anwendungen. Da kann man Leuten IP-Paket schicken. Wer im Publikum weiß das? Also. Amieno Faserprüfer. Okay. SMTP ist natürlich richtig. Oh, und es gibt einen Faserprüfer. So, jetzt nochmal einen Faserprüfer. So, weiter geht's. Wir haben schon beide Double Jeopardy's durch. Wir haben im Fall beide Double Jeopardy's. Also, machen wir die Sequenzen fertig. Was sind 3x-Zahlen? Nein, das sind nicht 3x-Zahlen. 11? Was ist Faktorielle? Nice. Sehr schön. Also, Fakultät heisst das auch. Also, Fakultät. Die Folge von Fakultäten. Ja. Wir dürfen jetzt weitermachen. RFC für 300. Im Moment wäre es spannend. Im Moment wäre es noch spannend. Okay, ja, das ist offensichtlich Postal's Law. Weil der Postal vorkommt. Das könnte ein Hinweis sein. Oder? Es könnte ein Hinweis drinnen sein, zu heissen. Also, ich denke, du hast recht an mich an. Ja. Ist das eigentlich nicht der Betrüger? Ich fand, das ist so ein Nervenheilartig. Der Postal ist der Betrüger, der sich hier... Nein, das ist der Gerd Postal. Ja, genau. Keine... Vielleicht hat er Lösungen. Weiß es auch. Niemand? Irgendwas? Ich kann euch den Tipp nur geben, das war heute schon mal Antwort. Wir haben das heute schon mal diskutiert. Das war heute schon mal Antwort. Genau. Okay. Hallo, Burka. Was ist das Internetprotokoll? Nein, nein, nein. Welches das? Ja, welches das? Es gibt nicht das. Die Frage war falsch und ich kenne die Antwort. Die Frage war falsch und ich kenne die Antwort. Ich meine die richtige Frage. Ja, lassen wir das durchgehen? Ja oder... Nein. Nein. Okay. Jetzt musst du drücken. Also, drücken. Ja, was ist FDP? Was ist FDP? Was ist FDP? Nein. Oh. FDP ist es nicht. Aber wir haben das doch heute schon erwähnt. Ja, aber nicht von euch. Das ist doch ein bisschen ein Feinunterschied. In einem Hacker-Kongress wurden RFCs erwähnt. Also, in einem Hacker-Kongress sind schon RFCs erwähnt worden. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja. Hm. Ich bin fasziniert, dass... Niemand das weiss, wer die Postel geschrieben hat. Also, Alu-Burka. Ja, ich bin da noch nicht geboren gewesen. Hm. Nein. Nein. Im Publikum? Im Publikum? Irgendjemand? Der Tinge. Der Tinge. Wo wird IPv4 spezifiziert? Wo wird IPv4 spezifiziert? Ah. Das haben wir heute auch wirklich schon gehabt. Du, man hat dich doch gefragt, welches. Ich würde nur sagen, es ist V4. Ja, V6 war es bestimmt nicht. Ja, V6 war es bestimmt nicht, aber dann hätte man einfach V4 röteln können. So. So, was kommt denn da alles zusammen? Die gibt es hier, wenn du auf der Bühne bist. Mach doch mal Minus wieder Alu-Burka gleich. Okay. Machen wir mal wieder Alu-Burka da. Minus. Okay, aber ich glaube nicht, dass noch etwas ändert. Welches ist das Internetprotokoll? Weil das Internetprotokoll ist ja wohl IPv6, oder? Ja, das Internetprotokoll wäre, wenn dann IPv6. Das andere ist, was war das Internetprotokoll? Und du wirst fragen, was ist das Protokoll gewesen? Ja, ich hätte mir auch gefragt, was? Also, letzte Frage, da sind wir da drin. Also, wir hatten eigentlich noch eine Entscheidungsfrage, oder? Für den Schluss. Was ist IPv6 richtig? Und das hast du halt leider kaputt gemacht. Ja. Oder? Ja, wir könnten noch im Prinzip bestechen eine Stichfrage haben, oder? Aber wir sind nicht auf das vorbereitet. Aber wir sind nicht auf das vorbereitet. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das letzte Mal, wo wir eine Stichfrage brauchen. Den nehmen wir einfach hier vom letzten Mal. Das weiss sowieso keiner mehr. Dann spielen wir mal aus experimentellen Gründen die finale Runde. Dann machen wir doch jetzt einfach mal aus experimentellen Gründen. Dazu benötigen wir hochprofessionelle Software. Dann brauchen wir jetzt extrem krasse Software in Form von Papier. Papier sollte auch immer rumliegen. In dieser Tüte. Wir haben auch Kugelschreiber bekommen. Von Digital Courage? So, jetzt müssen wir achten, dass ich die Nachbarn nicht sehe. Das ist ein bisschen witzlos. Und ihr müsst als Erste sich alle entscheiden, wie viele Punkte ihr setzt. Genau, als Erste muss man setzen. Wie viele Punkte setze ich? Ich verrate erst die Kategorie. Die erste Kategorie. Und zwar ist das Akronym. Also wir haben ein Akronym. Also, ein schönes Akronym. So wie TLS. Ein Analogplotter wird noch verlangt. Also, es wird um ein Akronym gehen. Und ihr müsst entscheiden, wie viele Punkte ihr setzt. Wir möchten halt ausgeschrieben haben, für was steht das eigentlich. Ich würde euch die Frage, die Kategorie erklären, dass ihr wisst, worauf ihr euch einlässt. Also, ich will noch kurz welche Kategorie erklärt, damit ihr wisst, worum es geht. Also, ich würde zum Beispiel sagen, TLS. Und ihr mit aufschreiben, was ist Transport Layer Security? Aber es ist natürlich nicht TLS, vielleicht nicht einmal internetspezifisch. Also, habt ihr Mittrag hingeschrieben. Dann tun wir nachher den Namen noch dazu, falls die Zähle nicht durcheinander kommen. Okay. Nicht beim Nachbarn spicken, wegen Mittrag. Also, wenn du Stechen provozieren willst, musst du schauen, was du schreibst. Also, wenn du Stechen provozieren willst, musst du genau überlegen, was du hinschreibst. Eine Strategie ist halt schon schwierig bei so etwas. Haben alle ihre Beträge geschrieben? Also, haben alle Beträge? Fragen geschrieben? Alle aufgeschrieben? Mal kurz schauen. Alles gut. Ja, gut. Also. Also, legen wir los, dann bringen sie. Alu Burka, du hast... Achso. Ja, Alu Burka hat Minuspunkte. Alu Burka hat Minuspunkte. Bei Minuspunkten hat mir schon mal was passiert. Beim echten Jeopardy dürfen wir aber nicht spielen, wenn wir Minuspunkte haben. Und Alu Burka hat Minuspunkte. Also, schauen wir mal, was passiert. Nein. Also, es gab... Also, ich erinnere mich an ein Casino-Spiel auf dem Team 4. Also, ich kann mich erinnern an ein Casino-Spiel auf dem C64. Da ist Minuspunkte minus 300 auf 42 setzen. Aber der Bug bei uns ist halt jetzt gefixt worden, oder? Okay, dann... Also... Ja, die Software ist nicht so felleranfällig. So, und die unheckerische Frage ist... Laser. Was heißt Laser? Pew, pew. Oh, jetzt habe ich einen Moment für Laser-Pointer. Okay, Laser-Pointer bitte. 3-4-1-0. Aber irgendwie ist das für ein Auto. Ah, täuschen! Oh! Laser. Laser. Bitte ein bisschen laserlich, wobei, ich glaube, wenn wir es erkennen können, dann kommt das schon nicht... Schauen, das ist nicht die absolute Sauklauheit, aber das schaffen wir schon. Okay. Das hat schon etwas mit Licht zu tun. Ah, habe ich gesagt, dass es mein erstes Studium Physik-Diplom war? Oh, bei der Hauptpreise haben wir etwas vergessen zu sagen. Also natürlich ein Bauwatt-Hoodie... Das fände ich aber auch cool. ...hört auch dazu, oder? Hallo, Burka. Hallo, Burka, bereit. Zettel wird eh gesammelt. Und dann geht es halt um das Bauen von geilen Sachen, oder? So. Von Münchner CCC gespendet. Tja, okay, wir werden die Antwort noch überprüfen. Also diese Antwort ist leider keine Frage. Haha. Ein Teil der Grammatik könnte die Bevölkerung verunsichern, da. Ach, das war Madonis, der keine Frage gestellt hat. Ah ja, der Madonis hat keine Frage gestellt. Ein zweiter Laserpointer ist aufgetaucht. Ich sehe noch einen roten. Die spannende Frage ist, wenn du mir super eingestellt hast. So. Wir können ja sagen, also Aluburka hat minus 400... Also gut, Aluburka minus 400, das geht eh nicht. Er hat aber auch nichts hingeschrieben. Das ist falsch. Ah, noch mehr Laserpointer. Also, aber letztes Jahr war es super. Und danke, dass anderen eine Chance gelassen hast. Das hat sich Aluburka sicher verdient. Dann hat Zulf seinen Namen hier richtig geschrieben, doch. Dann hat Zulf seinen Namen hier richtig geschrieben, auch 400 gesetzt. Das hat eh nicht gelangt. Das kann ich mich strategisch nicht nachvollziehen, aber müssen wir auch nicht. Und das heisst... Was ist Light Amplified Synchronized Electromatic Radiation? Laser zumindest. Es ist Laser zumindest, ja. Damit bleiben noch... Ja, es bleibt jetzt noch übrig. Madonius und... Bevor ich es öffentlich mache, wenn wir es Madonius durchlegen, dass er es nicht als Frage schiebt hat. Grosses Ja aus dem Publikum, hey. Leider hat er gesetzt. Leider hat er gesetzt. Ja, leider hat er gesetzt. 50. Er hat 50 gesetzt. Und er schreibt Light Amplication through Stimulated Emission of Radiation. Und er hat die korrekte Antwort gegeben. Super. Er hat jetzt 300 Punkte. Der Ölf hat 900. Was hat er gesagt? Light Amplification through Stimulated Emission of Radiation. Und natürlich hat er die richtige Antwort. Er hat 100 Punkte. Und mit 2'700 Punkten hat er das dasjährige Jeopardy gewonnen. An dieser Stelle der Hinweis... An dieser Stelle der Hinweis... Ich bin ziemlich sicher, dass du in zwei Jahren den Titel wieder verdähten wirst. Weil das eine Pause wäre gut gewesen. In zwei Jahren habt ihr jetzt die Zeit, um euch vorzubereiten. Okay, könnt ihr uns noch in die Kategorie schicken. Nächstes Jahr irgendwas anderes tolles statt Jeopardy. Und nächstes Jahr... Und nächstes Jahr tun wir etwas anderes anstatt Jeopardy. Drucker, Brunnen oder Bauwathut. So, jetzt Drucker, Brunnen oder Bauwathut. Also der Drucker wird gewünscht. Es ist wirklich kein Schrottgerät. Es ist echt kein Schrotthaufe. Es ist nicht das neuste, aber es ist ein schöner Drucker. Aber der Brunnen funktioniert. An unserem letzten 3D-Drucker hatten die Leute Spaß. Also beim letzten 3D-Drucker haben die Leute lässig gefunden. Okay. Also zweitplatzierte, wähle Brunnen oder Bauwathut. Der nimmt den Hudi. Du nimmst ein Bauwathut. Okay. Also wir haben ein L und ein XL. Ich würde sagen da L für dich. Inner, oder? Sonst musst du ihn halt um einen Freund geben. Oder Oversize. So, Madonius. Brunnen oder Bauwathut. Ich nehme lieber den Pulli. Ich habe schon einen Brunnen. Und Alu Burka gewinnt den Brunnen. Also nimmst du ihn wirklich mit? Alu Burka freut sich über den Brunnen. Okay. Applaus aus dem Publikum. Ähm. So. So. Wir hätten ja schon kommen. Aber wir können nicht, Kollege. Sind die Vorrunden nicht Gewinner noch da? Ansonsten vergeben wir hier noch. Also die Vorrunden nicht Gewinner. Äh. So sieht man dann ein Arduino Maxim Kit. Das hat jetzt auch gehört. So wäre es nicht. Zweiplatziert. Faserprüfer. Haben wir natürlich auch noch. SMD oder nicht. So. Zweitplatziert. So zweiplatziert. Du hast noch Zeugs. Du kriegst einen. Du. Sorry. Nein, die Zuschauer sind wir. Nein, die Zuschauer sind wir. Die Zuschauer sind wir auch nicht. Nein, die Zuschauer sind wir auch nicht. Jetzt habe ich nur noch Sticker. Oh, es gibt noch einen. Du bist STM32. So, STM32 Fan haben wir da. Ich wollte das hier noch vorbeibringen. Du bringst es zusammen gleich dort vorbei, oder? Juhu, Stickerfrau. Sticker für alle da. Jippie. Wollen Sie sonst noch irgendwas? Weit noch ein paar Sticker? Der Rücken wird geschickt. Also der Rücken wird dann geschickt. Pulli bitte mitnehmen, ja. Also gut. Also, danke. Danke an alle. So, danke allen. Danke an alle Hängeläfer. Danke für den tollen Kongress. Danke vielmals. Und ein Applaus an Säck und Ray. Tschüss. largeibe거든요äfer. Danke 1, 3, 2, 1, 2. Und ein Applaus an Säck.